Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen bei der 17. Ausgabe der Zauberlaterne, dem Podcast, bei dem sich Matthew Robbins und Peter Jackson gute Nacht sagen. Und ich möchte begrüßen meine zweite Zauberlaterne. Es gibt nämlich derer zwei. Hier ist die zweite. Oder die erste. Also das hat ja keinen Rang oder sowas. Wir leuchten gleich hell oder gleich dunkel. Je nachdem, wie man das so sieht. Sebastian, schön, dass du auch da bist. Hi, Simon. Schönen guten Tag. Und hallo ihr da draußen. Wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt heute Abend wieder und euch ein bisschen bequem macht in euren Ohren Sessel, wo man hingehört, nämlich wenn man die Zauberlaterne guckt oder hört. Bevorzugt guckt, weil ich versuche auch immer ganz viel Gesichtsgebnis einzubauen. Und Simon sowieso. Ja, das gehört ja zu mir. Das bleibt nicht aus. Hatte auch viel Gesichtsgebnis bei dem Film, den wir heute hier besprechen. Bevor wir drauf kommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, hier, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann spendiert uns doch bitte ein Abonnement, sofern ihr bei YouTube jetzt uns zuguckt, wie wir hier sitzen und halt Gesichtsgebnis machen und dumme Faxen. Einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Der ist unter dem Video, unten. Unten, da ist so ein roter Button. Abonnieren. Na, macht man so. Ich habe so eine Animation immer eingebaut. Ihr wisst das, aber ich habe irgendwo mal gelesen, man soll so Animationen einbauen. Das ist ein sogenannter, Sebastian, halte ich fest, Call to Action. Ja, finde ich gut. Das hat gekitzelt. Da hat einer abonniert gerade. Ich habe es gemerkt. Jetzt geht es ganz schön ab hier. Ui, 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 ui. Genau. Das macht bitte. Und wenn ihr wissen wollt, wann wir ein neues Video für euch haben, dann macht auch diese Benachrichtigungen an. Dann seht ihr das in eurem YouTube-Abo-Feed. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Heißt nicht, dass wir kein Geld von euch wollen, Sebastian, oder? Doch, das sowieso auch. Denn die Zauberlaterne ist ein entschiedener Baustein unserer journalistischen Tätigkeit, die wir auch gerne von euch entlohnt bekommen, wenn ihr das möchtet. Und wenn ihr auch den Fortbestand dieses herrlichen Filmprojekts sichern möchtet, dann könnt ihr auf zauberlaterne.de slash unterstützen gehen. Und dann wisst ihr, wie das geht. Richtig. Und die, die das schon tun, wir küssen eure Mütter dafür, dass ihr das tut. Ja, oder auch nicht. Also wenn eure Mütter das nicht wollen, dann hinterlassen wir das natürlich. Ja, das stimmt. Dann lassen wir das bleiben. Wir sind nämlich nicht so hoch wie so andere. Also, schön, dass ihr dabei seid. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Das Ganze gehört natürlich zu einem erweiterten Podcast-Netzwerk-Projekt. Viele kennen uns von Trek am Dienstag, dem beliebten deutschen Star Trek-Podcast über klassische Star Trek. Und der junge Mann hier neben mir, rechts oder links, der macht auch noch die Rückspultaste. Kommt auch noch dazu. Noch so eine Rückspultaste. Einfach. Da kennt der nichts. Was ist denn die Rückspultaste? Sag mal kurz. Das ist ein Geschichts- und Retro-Podcast mit starkem Blick aufs Persönliche, aber auch so die Sachen, die uns damals fasziniert haben. Also da ist irgendwie alles erlaubt. Hauptsache, es ist schon ein bisschen was älter und wir haben einen persönlichen Zugang dazu. Und für mich ist das tatsächlich, das klingt jetzt auch schon wieder so schweinisch, aber es ist das dritte Standbein, ehrlich gesagt. Denn meine drei Faszinationen sind klassische Filme, klassische Star Trek und die Geschichte des 20. Jahrhunderts. So die Mischung aus soziokulturell und alles, wie das so ineinander und mit dem Persönlichen auch ineinander schwappt. Und ja, mit diesen drei Podcasts, muss ich jetzt auch mal sagen, bin ich ganz unverschämt und bilde einfach meine drei Leidenschaften ab. Ja, so ist das. Ganz schön egoistisch von dir. Ja, in der Tat. Wir freuen uns da, wenn ihr reinhört, falls ihr die anderen Formate noch nicht kennt. Großer Spaß. Auch ich darf netterweise in der Rückspultaste ab und zu mal dabei sein. Und da sind auch viele so meine Lieblingsfolgen, die ich je gemacht habe. Also egal, was für ein Podcast. Da sind schöne Sachen dabei. Letzten Freitag ist eine Rückspultaste erschienen. Da haben Simon und ich einen alten Playboy durchgeblättert. So, und jetzt kommt ihr. Also es ist heute schlüpfrig zu Anfang direkt, ja. Das hat alles sowas von so Herrenwitz, aber das legt sich auch gleich wieder. Das legt sich auch wieder, ja. Weil es geht gleich nach Fantasyhausen, ja. Es geht nach Fantasyhausen, ja. Mal gucken, ob ich Herrenwitze vermeiden kann. Wir werden es sehen. Soviel zum Werbeteil auf jeden Fall. Jetzt lass uns mal zum Film kommen. Sebastian, das ist ja bei dir, wie so oft, ja, ist das ja so thematisch. Baut das aufeinander auf, ja. Das ist wie so ein Treppenwasserfall eigentlich. Was hast du denn heute Schönes mitgebracht? Ich habe mitgebracht den 1981er-Film Dragonslayer von Matthew Robbins, dessen Corvette Summer ich schon in der letzten Sebastian-Ausgabe dieses schönen Podcast gezückt habe, also vor vier Wochen. Und ja, das ist für mich der dritte Teil von einer Reihe Der Krieg der Sterne und seine unmittelbaren Folgen. Ja, wir haben erst Star Wars gemacht, dann haben wir geguckt, was macht so ein Mark Hamill nach Star Wars. Und jetzt schauen wir mal darauf, was macht eigentlich der Effektfilm, der große Effektfilm nach Star Wars so als nächstes. In welche Richtung versucht er zu gehen? Und daher ist der Dragonslayer ein ganz wichtiges Ding, finde ich. Und wird auch oft, denkt man heute gar nicht mehr so dran unbedingt an den Film. Und trotzdem will ich es gleich direkt mal sagen, es ist je nach Tagesform einer meiner drei Top-Fantasy-Filme. Einer meiner drei liebsten Fantasy-Filme ist der Dragonslayer. Der kommt also auch nicht von ungefähr, der ist für mich in diesem Genre ganz weit oben angesiedelt mit. Möchtest du verraten, was die anderen beiden sind oder willst du dir das noch vorbehalten? Ne, sag ich gerne. Einen anderen hast du schon fürs nächste Mal gezückt, nämlich das letzte Einhorn, The Last Unicorn. Und der dritte, der da so rum, ich kann nie sagen, das ist mein liebster Film, weil das ist wie in so einer Waschmaschine. Das dreht sich ja nicht mal was anderes rum. Der dritte Film ist er nicht, weil den will ich ja irgendwann nochmal zücken. Oder du zückst ihn, nimmst ihn vorweg, wie das letzte Einhorn. Ihr seid auf jeden Fall jetzt herzlich willkommen, ihr Lieben, im Fantasy-Monat bei der Zauberlaterne. Oh, wie schön, eine Fantasy. Ja, stimmt. Es geht ja direkt weiter mit Fantasy. Ja. Ich habe so leichtsinnigerweise, als du Dragonslayer enthüllt hast, vor zwei Ausgaben, habe ich so da gesessen und dachte, ja geil, den kenne ich. Das ist doch der mit dem Barbaren. Und ich habe ihn halt komplett verwechselt mit einem anderen Film. Tatsächlich kannte ich Dragonslayer noch nicht. Und ich meine mit, ich kannte Dragonslayer noch nicht, ich kannte Dragonslayer überhaupt nicht. Also ich hatte von der Existenz dieses Films keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass der von Matthew Robbins ist, dass Hal Barwood hier wieder seine Finger im Spiel hat, ja. Und schon gar nicht, dass Peter McNichol die Hauptrolle spielt. Und das hat mich alles so ein bisschen, also ich habe den gesehen und dachte, was ist das dann, ne? Und ich habe ihn tatsächlich zweimal gesehen, also anderthalb Mal, um ehrlich zu sein, weil einfach die Zeit nicht gereicht hat. Also ich habe ihn das erste Mal gesehen und war, ja, es war ein völlig neuer Film für mich. Also es war völlig neu. Und auch, ich finde den Mords komplex irgendwie. Also da passiert wahnsinnig viel, da musst du mir auch ganz feste Hilfen hinterher, wenn wir nochmal die Handlung zusammenfassen, ja. Denn auch beim zweiten Mal, muss ich sagen, ist das, ja, ist einfach krass, was mit Ulrich in Urland passiert und Konsorten und Galen und so weiter. Sebastian Dragonslayer, ein paar Jahre her, wann kam das gute Stück im Kino? Also, der US-Kinostart war 26. Juni 1981. In Deutschland hat er jetzt sehr lange auf sich warten lassen. Obwohl, das war damals nicht ungewöhnlich, dass schon mal bis zu einem Jahr verging. Aber hier waren es mehr als 15 Monate. Am 30. September 1982 kam der Drachentöter in deutsche Kinos. Ja, habe ich, wie gesagt, also ein, ja gut, 82, da war ich drei. Also kann ich mich da auch noch nicht mal dunkel dran erinnern, an diesen Film. Ja, du hast es schon erwähnt, ja. Das Duo Infernal ist wieder am Start. Meine Meinung zu Cover Summer ist bekannt. Die könnt ihr euch nochmal anhören. In diesem Zauberlaterren-Podcast. Aber sie sind wieder da. Matthew Robbins, abermals Regie und Drehbuch. Sowie sein Co-Autor und Dauerpartner Hal Barwood, über den wir ja letztes Mal schon ein bisschen was verraten haben. Der war sehr umtriebig auch, ne? Und jetzt ist das von den beiden das, was ich für ihr Magnum Opus tatsächlich halte. Also Corvette Summer ist, it's a fun movie. Aber er war auch für mich, als ich ihn ausgesucht habe, die Rampe, das Bindeglied zwischen Krieg der Sterne und Dragonslayer. Wie kommen wir von A nach B, habe ich mir gedacht. Mit A,5. Und A,5 war Corvette Summer. Aber mit ein bisschen Abstand, Sebastian. Mit ein bisschen Abstand. Also was ich auf jeden Fall dir ja zugestehe, ist, es ist ein besonderer Film. Genauso wie der heutige Film, den wir hier an diesem wunderbaren Abend besprechen, ja. Ein besonderer Film ist. Also besonders sind beide. Corvette Summer, so ein Film, ist auch besonders. Ob er jetzt gut ist oder nicht, das, wie gesagt, haben wir schon Zugenüge ausdiskutiert. Ja. Jetzt gucken wir aber doch mal drauf, wie kam es denn zu diesem Dragonslayer. Denn es kamen da mehrere Dinge, ja, glücklich zusammen für die Leute, die ihn gemacht haben. Das erste war, dass Robbins und Barwood als Kumpels von George Lucas direkt dabei waren bei der Geburtsstunde von Industrial Light & Magic. Worüber ich mit Markus vom E&U-Gespräch beim gleichnamigen Podcast letzten Monat einen längeren Podcast gemacht habe. Also wenn ihr dort mal Markus und mich hören möchtet über Industrial Light & Magic, ILM, schaltet da mal rein. Klammer zu. Ja, also unser Duo Pimpernelli war dabei, als ILM gegründet wurde. Und haben gedacht, die können ja, die sind gut. Die sind gut. Vielleicht könnten die ja was Gutes auf dem Fantasy-Sektor leisten. Wenn man Star Wars nicht sowieso schon als Fantasy sieht, aber so, ne, so Mittelalter-mäßig. Was könnten die denn da machen? Haben sie sich gefragt. Liegt absolut nah, ne? Klar. Und sie schrieben daraufhin ein Spec-Skript. Das ist eine, ja, nicht Auftragsarbeit, mit der man dann anschließend bei den Studios Klinkenputzen geht. Das ist eine Fantasy-Geschichte, logischerweise. Sie wollten ja eben Fantasy machen, Inspiration dieser Geschichte. Da gehen wir später drauf ein. Ja, bei Fantasy-Sebastian, da denkt man ja immer an, also eigentlich immer an Dungeons & Dragons, oder? Das ist so das Erste, was einem einfällt. Herr der Ringe oder Dungeons & Dragons? Ja. Ja, ja, das ist so. Dungeons & Dragons habe ich nie gespielt. Ich wünschte, ich hätte da, wäre da mit elf oder zwölf Jahren in dieses Rabbit Hole reingefallen. Das ist so ein großes Versäumnis. Und ich glaube, mit 45 fängt man das nicht mehr so richtig an. Auch weil die Zeit fehlt natürlich. Also, wenn die Zeit fehlt, ansonsten würde ich sofort mit dir eine Rollenspielgruppe machen. Könnten wir abends sowas. Ich finde das, ja, vielleicht machen wir das ja mal. Das ist irgendwie noch so ein Gedanke, der lässt mich nicht ganz locker. Naja, auf jeden Fall im Jahr 1977, im selben Jahr, wo Star Wars erschien, da hatte Fantasy-Autor Gary Gygax sein bereits mehrere Jahre altes Rollenspiel-Regelwerk Dungeons & Dragons tüchtig überarbeitet. Das Ergebnis war Advanced Dungeons & Dragons, kurz AD&D, wie die Fachleute es nennen. Und dieses perfektionierte, dieses gepolischte System, das löste Ende der 70er bis weit in die 80er rein, gerade in den USA, einen großen, großen Rollenspiel-Hype aus. Das war die zweite glückliche Zutat, die zu diesem Film führte. So ist es, ja. In Deutschland haben viele damals das schwarze Auge gespielt. Das ist ein bisschen ein anderes System. Also, das System ist das gleiche eigentlich, aber es sind natürlich andere Regeln und so weiter. Da habe ich ein bisschen Erfahrung mit gesammelt. Ich habe eine Zeit lang mal das schwarze Auge gespielt. Und habe mir dabei ein schwarzes Auge geholt, aber das ist eine andere Geschichte. Gehen wir weg zum, vielleicht erzähle ich es irgendwann mal. Gehen wir, also gehen wir weg von Rollenspiel, gehen wir in die harte Welt der Filmstudios. Disney und Paramount hatten einen historischen Deal gemacht, zwei Filme zu co-produzieren. Der erste, übrigens auch ein besonderer Film, kann man nicht anders sagen, war Robert Altmans, der große, der großartige Robert Altman, wo ich garantiere, ich garantiere, dass dieser Name irgendwann hier mal fallen wird. Oh ja. Im Zauberlaterne-Kosmos, ja. Robert Altmans Popeye-Verfilmung von 1980. Was für ein Film. Mit Robin Williams und einer fantastischen, wie heißt sie denn nochmal, Olive Oil. Shelley Duvall. Shelley Duvall, also das ist ein besseres Casting für Olive Oil. Kann es nicht geben als Shelley Duvall, finde ich. Aber was könnte ... Markina Brontain spielt diesen Hamburger fressenden Typen. Ah, ja, das ist für Paul Dooley. Paul Dooley spielt diesen Hamburger-Mampftypen, wie heißt er denn nochmal? Ich weiß nicht, ich habe den einmal gesehen und dachte, alter Schwede, und ich kannte schon Robert Altmans andere Filme und dachte, ja gut, jetzt muss ich mal Popeye nachholen. Und ich habe einfach nur, ich habe, war, also ... Es war aber cool irgendwie, trotz allem. Ja, der hat ... Ab so einem gewissen Punkt bei Popeye denke ich immer, boah, der geht auch nicht zu Ende, der Film, ne? Der ist ... Das dauert, das dauert vielleicht. Das passt ja auch zu Robert Altman, ne? Also jetzt. Ja, obwohl manchmal, manche von seinen Epen, die verfliegen, ja, wie im Flug. Ja, die dauern im Flug, ja, genau. Die verfliegen wie im Flug, ja. Naja, gut. Aber wie gesagt, das, wie Simon sagt, es war ein Two-Picture-Deal historisch, Disney-Paramount, jetzt waren sie auf der Suche. Ja, was könnte denn der zweite Deal, der zweite Film dieses Deals sein? Aufgrund des A-D-und-D-Erfolgs suchte man nämlich dringend eine A-D-und-D-mäßige Fantasy-Story für diesen zweiten Film. Und wie das manchmal so ist im Leben, Timing ist alles, just in diesem Moment klingelten eben, klingelte das Duo Pimpernelli, Robbins und Barwood mit ihrem Drehbuch. Ja, das ist ja, kommt mal rein, das ist ja ganz fantastisch. Ihr habt ein paar Tausend Mark und wir kaufen das Ding von euch. Wir brauchen nämlich genau so was. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ILM haben die beiden miterlebt, die Gründung. Sie waren auch persönliche Freunde von George Lucas. Sie hatten zig Filme schon für Lucas und Spielberg auch geschrieben. Waren mit allen Leuten bei Industrial Light & Magic persönlich befreundet. Das heißt, wer dieses Drehbuch kauft, kauft auch die damalige Crème de la Crème der Visual Effects sich für diesen Film mit ein. Und Simon, das ist doch, da kann man doch mal du zu sagen. Da kann man doch mal du zu sagen. Also die Voraussetzungen sind wunderbar. Und ja, Fantasy-Film, und das ist wirklich ein Fantasy-Film, den wir heute besprechen. Der spielt in so einer richtigen Fantasy-Welt. Da könnte auch so was wie Baldur's Gate spielen. Ja, also so diese großen Rollenspiel-Ebenen neulich rausgekommen. Baldur's Gate 3 übrigens von Laren Studios. Und dieses Spiel ist der absolute Wahnsinn, was man darüber so liest. Und ich wünschte, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ich würde da voll eintauchen. Ich habe es mir trotzdem gekauft. Irgendwann mal, ja, so vielleicht mal eine. Das wird so ein Projekt für die nächsten zehn Jahre, glaube ich. Ich werde zehn Jahre, zehn Jahre an dem Baldur's Gate 3 spielen, denke ich mal. Also, was ich bisher davon gesehen habe, ist einfach ganz fantastisch. Ja, Sebastian, dann starten wir doch mal in die Handlung, würde ich sagen, oder? Ich fange mal an, weil am Anfang ist es ja noch einfach. Wir befinden uns in Irland. Das ist so ein Königreich. Ja, wirklich so ein Fantasy-Königreich mit vielen Burgen, ja, Stämmen, grünen Wiesen. Und das ist so 6. Jahrhundert, würde ich ungefähr sagen. Und ist also im 6. Jahrhundert in der Nähe des Flusses Ur. Daher Urland. Und wir starten bei so einem Zauberer. Ja, ein Zauberer namens Ulrich von Kragenmoor. Der wohnt in so einem Schloss oder in so einer Burg vielmehr. Und dann ist so ein richtiger Fantasy-Zauberer. Also, der hat so verschiedene Ampullen da stehen in seinem Labor. Ja, der kann auch Licht zaubern und irgendwelche Blitze und so was. Er kann richtig zaubern, dieser Typ. Und der ist ja nicht alleine. Da wohnt ja auch so ein gewisser Galen bei ihm. Ein, ich würde sagen, eine Art Jüngling. Ja, das ist so ein Jüngling. Der hat so einen Lehrling, ein Zauberlehrling, wenn man so will. Gehilfe, Freund dieses Zauberers. Und die sind da in diesem Schloss. Und dann klopft es eines schönen Tages an der Tür. Da ist eine, würde ich sagen, Expedition. So eine Expedition an Leuten, die diesen Zauberer um Hilfe bitten. Denn ein Drache namens Vermithrax Pejorative, ein 400 Jahre alter Drache, der, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Muss ich, muss ich, muss ich sogeben. Aber der Name ist, das ist der beste Drachenname eigentlich, oder? Das ist ein absolut fantastischer Drachenname. Aber das ist ein absolut fantastischer Drache. Aber da kommen wir auch später zu. Großartig, großartig bis jetzt, ne? Ja, Sebastian, diese Expedition, die wird ja angeführt, das glaubt man zumindest, von so einem jungen Mann. So einem sehr jungen Mann. Es gibt ja diesen Begriff des Tomboy. Und ja, so sieht dieser junge Mann auch aus. Ist nämlich gar kein junger Mann, wie wir dann später feststellen. Ja, ja, da bist du schon was Großem auf der Spur. Die sagen, ja, wir haben da Probleme bei uns zu Hause mit diesem Drachen. Und sie sind ja der letzte Zauberer hier in dieser Welt. Ja, alle anderen sind schon abgenippelt gegangen, haben ihr Handwerk niedergelegt, was auch immer. Ja, der Ulrich muss her, um diesen Drachen zu beseitigen. Der Ulrich ist übrigens auch ein Nekromant. Also so ein totenbeschwörender Zauberer, der kurz bevor die reingekommen sind, noch in so einer Feuerschale ganz Schreckliches gesehen hat. Nämlich sein eigenes Ableben. Und sagt auch, oh oh, bald ist es soweit. Diesen Auftrag nimmt er dann aber an. Er sagt, na gut, ich mache das. Jedoch der Valerian, oder besser gesagt die Valerian, aber hier wird sie noch für einen Ärger halten, wurde ja verfolgt. Es ist ihnen jemand nachgereist. Das ist der Tyrion. Nicht Tyrion Lannister. Ja, das ist was anderes. Tyrion, das ist ein sehr grobschlächtiger, ja so eine Art Sheriff von Nottingham, würde ich sagen. Also so ein Hauptmann des Königs. Der Landwirt von einem König beherrscht. Casiodorus, glaube ich, oder so heißt dieser König. Und der verfolgt diese Expedition. Und möchte nicht, dass die sich da an diesen Ulrich wenden, dass die da seine Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt auch einen bestimmten Grund dafür, wie wir später erfahren. Ja, und dieser Typ, der sagt jetzt erstmal zum Ulrich, der taucht da plötzlich auf, so ein richtiger Schlea-Kalle ist das. Ja, der taucht da plötzlich auf und sagt, du kannst doch überhaupt nicht zaubern. Ja, das ist doch alles ein Theater hier. Und Sebastian, im ersten Moment möchte man ihm fast glauben, weil so wie der Ulrich ja dann auch da das erste Mal auftaucht mit dem Galen. Das ist ja so ein richtiger Siegfried und Roy-Moment eigentlich. Da wird erstmal so ein bisschen geklimpert, dann schmeißt der da so eine kleine, weißt du, so ein Knallteufelchen hin oder wie das heißt. Und explodiert was. Und du glaubst tatsächlich, er ist so ein Scharlatan. Ja. Ja? Ja, ja. Und Tyrion ... Ich finde das super lustig, auch mit diesem Wackelblech, was er da hat. Roboter, 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 Roboter. Und wir müssen noch über Peter McNickel reden, der das ja auch irgendwie overbringt. Und so mit Rischchen wird man schön hier verwenden. Naja gut, und der will jetzt einfach, ich glaube nicht, dass du zaubern kannst. Und da hat der Ulrich jetzt einen wahnwitzigen Vorschlag, um das eben zu beweisen. Dann, äh, da fährt auf einmal der Clemens von Wilmenrod in ihn hinein und er sagt, dann stich mich in meine Brust mit einem Messer, da werden wir schon sehen, ob ich ein Zauberer bin oder nicht. Und, ja, dann lässt er sich von dem Tyrion tatsächlich abstechen. Also man denkt erst noch, naja, ist ja ein guter Zauberer, aber dann gibt er doch Tod aus den Latschen. Ähm, aber wie, Sebastian, wie, wie theatralisch das ist, ne? Also wie er ihn erstmal gefühlt minutenlang anguckt mit diesem Messer. Äh. Ja. Und dann so wegkippt. Ja, und Galen ist natürlich entsetzt. Ja, der Galen, ich glaube Brad Warden ist der volle Name. Galen Brad Warden. Ähm, der ist, ähm, völlig entsetzt davon. Und, äh, welchen Charakter ich ja völlig vergessen hab, es gibt ja noch diesen älteren Diener, diesen Kammerdiener, Hotsch. Ja, so ein, ja, so ein Männlein ist das eigentlich. Ja, so ein Faktotum ist das. Ein altes Faktotum, der ja auch erstmal, ähm, total in Trauer ist. Ulrich ist tot. Ja, Ulrich ist tot, der, der Meister wird dann auf einem, äh, Scheiterhaufen verbrannt. Und der Hotsch packt von der Asche was ein. Der Hotsch, der weiß schon mehr tatsächlich. Valerian und Co. sind jetzt niedergeschlagen, weil sie denken, ja toll, jetzt sind wir hier hingereist, um den Zauberer zu holen, Zauberer tot. Wir reisen wieder zurück. Aber, während Hotsch und Galen dann auf ihrem Schloss wieder alleine sind, scheint, äh, die Zauberkraft des Ulrich in so ein Würfelamulett zu fahren. Und das leuchtet dann und dann, der weiß der Galen auch, oh, jetzt hab ich die, jetzt hab ich das Amulett, jetzt hab ich die Kraft, jetzt bin ich der Zauberer, komm Hotsch, schnell, die können doch nicht weit gekommen sein, hinterher. Ja, wir nehmen den Auftrag an und ich bin jetzt des Ulrichs Stellvertreter. Richtig, die beiden gehen jetzt auf ein Abenteuer tatsächlich. Die wollen denen jetzt helfen und wir befinden uns hier immer, das ist ganz interessant, wenn man das sieht, wir befinden uns hier immer ganz knapp an dieser Grenze zu, ja, Monty Python machen sich irgendwie lustig, die Ritter der Kokosnuss, ne. Es überschreitet aber diese Grenze nie. Also man sieht das, ne, und denkt sich, was ist eigentlich albern, aber gleichzeitig packt es dich auch. Was ist jetzt mit diesen komischen Charakteren der Story? Du sagst es, also dieses Amulett scheint den Galen ausgesucht zu haben. Deswegen schließen sie sich dieser Truppe jetzt an. Man reist da hin. Und eines schönen Nachmittags, ja, da geht es, ist man an so einem Tümpel und möchte baden. Also der, vielmehr Valerian möchte baden, die wir ja eigentlich für einen Jungen halten sollen. Und die geht schön baden und Galen kommt zufällig auch an diesen See und möchte da auch reinspringen und mitbaden und dann sieht sie ihn schon kommen und nein, ist total entsetzt. Und da kommt eine Szene, die ich so urkomisch finde, dass ich fast aus dem Sessel geflogen bin, Sebastian. Diese Enthüllung unter Wasser, wo wir dann sehen, oh, das ist eine Frau und dann ist, fandst du lustig, ne? Ja, das fand ich super lustig, weil, also die Reaktion, es ist halt super gefilmt, wie er da reinspringt, will einfach zu ihm springen, ja? Und dann, ah, sieht er das im Wasser und haut ganz schnell ab. Und, ja, Sebastian, warum hat die sich denn verkleidet? Die hat ja einen Grund dafür, warum die sich verkleidet hat. Ja, wir schalten jetzt nämlich zum allerersten Mal rüber ins Königreich, da, wo der Drache ist. Und da sehen wir, was unglücklichen Jungfrauen passiert, wenn sie bei einer Lotterie gezogen werden. Die werden nämlich von so einem komischen Priester, der wirklich, das ist der Monty-Python-mäßigste Charakter. Das ist so ein Typ mit so einem Bart und so einem schwarzen Hut und der sieht wirklich aus wie der Letzte. Ja, also der Hai-OP mit der schwarzen Mütze, die haben auf so einem Eselskarren, haben sie eine Jungfrau dabei. Und die wird dann Richtung dieser Drachenhöhle gefahren, um geopfert zu werden, wird angebunden, die fahren dann weg. Und Simon, dann geht das richtig zur Sache. Also das Mädel versucht da die Hände noch aus diesen Schellen rauszuziehen. Auch blutig macht sie sich dabei richtig die, 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 sag schon, wie heißt denn das, wo die Hand in den Arm übergeht? Also Handgelenk, genau. Also das Ding, hier das hier, wo man irgendwie, dass das nicht einfach so runterfällt, ja. Es wäre aber gut, dass man das hat. So ein Handgelenk ist was, ist hat einen Wert, ne. Das auch, also wirklich, der Film ist nicht zimperlich, es gibt noch so eine Szene, da müssen wir auch besonders mal drüber sprechen. Aber ja, ne, also die ist da jetzt, die will sich nicht ergeben, die will fliehen, die hat da überhaupt keinen Bock drauf. Auf, diese, ich sag mal, diese, diese Haufen an Menschen, die sie da hergebracht haben, die hauen natürlich ab. Denn auf einmal rumpelt es, rumort es und die ist ja angebracht vor so einer Öffnung im Boden. Hängt die ja an diesem, an diesem Marta-Pfahl im Grunde. Und jetzt kommt da was raus aus dieser Öffnung und es wird laut, es wird schwefelig, ja, es wird stickig und man weiß, alles klar, das ist der Drache, der da kommt. Den sehen wir aber noch nicht, also das wird noch nicht richtig enthüllt. Ich glaube, wir sehen in diesen Momenten nur mal so ganz kurz, okay, da ist ein riesiges Viech einfach. Ja, wir sehen einzelne Körperteile, eine Klaue, einen Schwanz und sowas. Und man drückt ihr wirklich die Daumen, dass sie entkommt und sie scheint es ja auch zu schaffen am Anfang. Also die legt ja wirklich ein paar Meter zurück, aber Vermithrax ist unerbittlich, ja. Und wie bringt ein Drache seine Opfer um? Mit Feuer. Und also der frießt die nicht einfach, ja, der packt die auch nicht und geht dann irgendwie weg, sondern der grillt die, der grillt die. Es ist ein schlimmer Tod. Ja, ist fürchterlich. Ja, fürchterlich. Also das ist auch unerbittlich inszeniert tatsächlich. Nicht horrormäßig, aber schon so, dass man sagt, vielleicht ist das kein Fantasy-Film für kleine Kinder. Nein, nicht für kleine Kinder. Für Kinder so ab acht vielleicht, ja. Da können wir drüber reden, ob das zu viel des Guten ist oder ob das nicht sogar, ja, Fantasie anrichtet. Aber das können wir gleich noch beraten, finde ich. Ja, na klar. Spannendes Thema. Also, das haben wir jetzt schon mal gesehen. Das ist einfach die Szene, die uns jetzt schon mal diesen Drachen halbwegs verkaufen soll. Dass diese Bedrohung da tatsächlich existiert. Derweil nähert sich die Expedition wieder. Aber dieser scheiß Tyrion, der lässt ja nicht locker. Der hat ja jetzt mitbekommen, jetzt hat der, der Kleene da, macht jetzt einen auf Zauberer und ich will das doch verhindern. Deswegen greift er jetzt diese Gruppe an. Wer dabei ums Leben kommt, ist Hodge. Der alte Hodge packt es nicht, aber er übergibt noch zwei wichtige Sachen an den Galen. Ja, also die Asche zum einen. Also er, Ulrichs Asche. Und er gibt ihm auch eine Information. Und zwar, Ulrich wollte, dass diese Asche verteilt wird am brennenden See. Ja, also A Lake of Burning Water. So, da sollte diese Asche verteilt werden. Gibt er ihm noch was? Nee, die beiden Sachen. Diese beiden Sachen. Info und Asche. Info und Asche. Genau, und dann stirbt er. Und auch das ist so ein bisschen lustig, wie der Hodge stirbt, aber auch irgendwie traurig. Also, dass dieser Mann, der da wahrscheinlich 60 Jahre der Kammerdiener war vom Ulrich, jetzt auf diese Art und Weise aus dem Fantasy-Leben scheidet. Der ist halt auch so ein Fantasy-Gesicht, wie er in einem Monty Python wirklich wunderbar vorkommen könnte. Aber zwei Jahre später, nee, zwei, drei Jahre später spielt er ja beim Wolfgang Petersen in der Fantasy eine tragende Rolle. Das ist Sidney Bromley, den wir hier sehen. Und der spielt den Engiwuk in der Unendlichen Geschichte. Ah, der Engiwuk. Ja, ja, genau. Die Zwei-Siedler, ne? Die Zwei-Siedler. Die Zwei-Siedler, so ist es, ja. Überhaupt, vorhin haben wir schon, vielleicht können wir mal irgendwie noch einen Schauspieler nennen, der Ralph Richardson, also Schauspiellegende Ralph Richardson, das Supreme Being aus Time Bandits zum Beispiel, aber auch aus zig anderen Sachen. Der spielt hier in einer sehr späten Rolle den Ulrich, den Zauberer. Und der spielt den einfach, ich finde den super als Zauberer. Ich finde den auch super, das ist auch wirklich, der bleibt ja auch im Gedächtnis, ne? Also das ist wirklich, der spielt den echt einzigartig, kann man sagen, ne? Charakter, den man nicht vergisst. Ja, doof gelaufen für den Hodge. Jetzt kommt man aber trotzdem mal da an. Und der Galen, der, ja, der denkt sich jetzt, na gut, da ist dieser Drache in diesem Loch und ich bin Zauberer. Und da ist so ein Berg da drüber. Was machen wir da? Ihm macht das Loch zu. Macht so einen wunderbaren Erdrutsch. Du siehst auch, da haben sie ganz kleine Kiesel in Zeitlupe gefilmt, also zu schnell gefilmt und dann fallen die da alle so runter. Aber es sieht irgendwie toll aus. Stürzt dieser halbe Berg da in dieses Loch rein und alle sind so. Hurra, yeah. Hätten wir gar nicht gedacht, dass der Film nach 37 Minuten schon ein gutes Ende nimmt. Naja, aber gehen wir mal, gehen wir mal feiern. Und zum Feiern geht man in dieses Heimatdorf der Valerian. Und da sieht man schon, dass wir hier auch in so einem eher finsteren Mittelalter sind. Denn das ist kein schönes Dörfchen. Das ist nicht so wie Hobbithausen mit diesen Hügelchen und dann wohnt da mal einer drin. Also das sieht vielleicht, das sieht schon ganz schön bitter aus, wenn du da wohnen musst. Die Leute sind nicht irgendwie slummäßig oder elendmäßig unterwegs, aber es ist auch schon, ja, halt irgendwie so ein Loch. Es ist ein hartes Leben. Es ist ein Loch. Es ist ein hartes Leben. Du merkst, da gibt es die meiste Zeit nur irgendwie, weiß ich nicht, Kartoffeln oder so. Und wenn man Glück hat und der König das vielleicht erlaubt, dann geht es einem irgendwie besser. Diesen König treffen wir jetzt. Das ist, wie gesagt, der Cassiodorus, ein schöner Name. Und das ist so ein Typ, ne? Also wenn irgendwen den Drachen besiegt, dann muss natürlich er das sein. Also das akzeptiert er überhaupt nicht, dass der Galen derjenige ist, der den Drachen besiegt hätte. Was im Übrigen auch stimmt. Aber er sagt jetzt, du hast es noch schlimmer gemacht. Du hast den Drachen jetzt erstmal richtig wütend gemacht. Da bist du nicht der Erste. Mein Vorgänger, ich glaube, es war sogar der Bruder, hat das nämlich auch gemacht. Der wollte den Drachen umbringen und hat im Grunde alles schlimmer gemacht. Na, herzlichen Dank auch. Hier wird nicht gefeiert. Hier geht es jetzt ab in Kerker. Ja. Ja, der Cassiodorus, das ist so ein Konservativer, der den Status quo beibehalten möchte. Weil der denkt sich, diese Sache mit dieser Jungfrauenlotterie, das hält uns ja den Drachen vom Leib. Naja. Und wenn wir dann so weiter existieren können, ist ja alles in Ordnung. Vor allen Dingen auch, weil die Lotterie, und das hat sich schon im Dorf rumgesprochen, wirklich auch nur die Jungfrauen aus dem Dorf betrifft. Denn die reichen Damen oder Jungfrauen vom Hofstaat, von denen lässt sich Cassiodorus auch nochmal von den Eltern schön bezahlen, damit die Namen gar nicht erst in der Lotterie landen. Ja, also da ist auch nicht nur Konservatismus im Spiel, da ist auch noch Bestechung im Spiel. Und dann sieht der Typ auch noch aus wie Olli Dittrich, der König. Ja, das kommt auch noch erschwerend hinzu. Ja, das sind so, das sind so richtig, also die Privilegierten, ne? Also diese Könige. Und eine der Privilegierten ist seine Tochter. Das ist, die hat einen wunderbaren Namen für so Fantasyfilme, das ist die Elspeth. Ja, also die Elspeth. Sondern Elspeth. Eine fantastische Prinzessin Elspeth. Die, ja, an dem Galen auch irgendwie interessiert ist, ne? Also, die den mal ein bisschen kennenlernen will. Und ihn dann da in seinem Stroh, auf seinem Strohlager besucht. Ne? Nicht, was ihr jetzt denkt. Also die geht da hin und der ist im Knast und die reden dann miteinander. Und er erzählt ihr dann unter anderem von dieser Lotterie. Also er weckt diesen Zweifel in ihr. Und, naja, sie ist so richtig, was? Also sie ist so relativ naiv. Sie denkt, das geht so alles mit richten Dingen zu. Und jetzt erfährt sie eben, hm. Vielleicht ist das alles gefälscht. Und unsere Untertanen werden hier benachteiligt. Und wenn du dem Drachen vorgeworfen wirst, ist das schon eine ziemlich erhebliche Benachteiligung. Ja. Wäre eine gute Königin. Elspeth. Die Elspeth. Ja, vielleicht die ersten paar Jahre, dann wird sie korrumpiert werden und dann wäre auch wieder vorbei. Meinst du? Also ich würde sie zum Realo werden und dann denken, ach komm. Nein, natürlich nicht so was. Ja, natürlich hast du recht. Sie wäre eine. Das zeigt sich ja hinterher auch noch dramatisch, dass sie eine gute Königin gewesen wäre. Sie geht jetzt nämlich zum Vater und fragt sie mal, stimmt das mit der Lotterie? Und der ist ja nicht nur verlogen, sondern der lügt auch noch scheiße. Der so, na, 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 na. Also in dem Moment schnallt sie sofort, aha, natürlich stimmt das, was mir der Gelen da erzählt hat über diese Lotterie. Und wie sie darauf reagiert, das werden wir dann auf, also in dem Moment hat sie einfach einen Plan, den sie in die Tat umsetzen will. Jetzt gehen wir mal zu unserem Drachen, zu unserem totgeglaubten Drachen. Der ist nämlich überhaupt nicht tot. Der ist tatsächlich richtig wütend. Also der König hatte recht, der befreit sich jetzt. Und ja, da gibt es erstmal so einen richtigen Drachen. Keinen richtigen Drachenangriff, sondern der sorgt einfach dafür, dass das Firmament zu Lodern beginnt und das gewaltige Erdbeben die Erde auf den Kopf stellen. Ja. Und durch das Erdbeben stürzen auch genau die Mauern ein, das ist so ein bisschen lustig, Pfanne. Es stürzt genau die Mauer ein, dass der Gelen da mit so einem Pferd aus dem Gefängnis galoppieren kann. Ach, dieser Entkommenen, super. Aber ist jetzt natürlich erstmal kacke. Der Drache ist wieder frei und er ist wütender als vorher. Und jetzt müssen wir nochmal auf die Historie gucken ein wenig. Wo sind wir hier im 6. Jahrhundert? Die Antike ist vorbei, die Herrschaft Roms über England ist auch vorbei. Es ist jetzt so eine Art Vakuum. Wer sind hier eigentlich die Chefs, ja? Und es kommen jetzt nicht irgendwelche Warlords dann da an die Macht, sondern was Einzug hält, ist das keltische Christentum. Und ein solcher, äh, keltischer, ähm, keltischer, ja, katholisch, naja, eben nicht katholisch, sondern so ein Pfarrer, ja, der ist da jetzt auch angekommen in dem Dorf und der möchte sich jetzt einen Namen machen. Und du hast vorhin schon dich gewundert, dass die Els Peth mit P geschrieben wird. Naja, der Jakobus, der wird auch mit, werft den Purschen zu Boden, ja, der wird auch mit P geschrieben. Der Brother Jakobus. Brother Jakobus, ja, ähm, eine schöne Rolle für Ian McNarmid, den späteren Palpatine, den späteren Imperator Palpatine, der war schon damals, im 6. Jahrhundert hat er seinen Masterplan begonnen, als Bruder Jakobus. Ähm, ihr merkt damit, der mit solchen Rollen eigentlich, ja, glänzt, ne, wenn er so fiese Möps irgendwie spielt und Bruder Jakobus, der hat es ja auch faustig hinter den Ohren. Und der scharrt jetzt so eine Gruppe Gläubige, Jünger um sich und der will den Drachen jetzt, ja, auf seine Art und Weise herausfordern und besiegen. Denn er sagt, das ist der Teufel, das ist der Teufel und wir müssen mit dem Glauben dahin, ja, und diesen Drachen sozusagen, ja, wie sagt man, exorzieren. Ne, also, der ist komplett, ähm, auf diesem Weg. Also ein Fanatiker vor dem Herrn und Sebastian, erzähl doch mal, wie dieser Ausflug, ähm, zum Dragonslayer endet für Bruder Jakobus. Ja, haha, es rumpelt und pumpelt, der Vermithrax kommt wieder aus seiner Höhle gekrochen, alle anderen hauen ab, Jakobus denkt sich, nichts, da, ich bete gegen dich an, so fieser Wurm aus der Höhle. Und dann fährt vor ihm, auch hier wieder so, dass der Drache verhüllt bleibt, also wir sehen nur die Umrisse von dem Kopf, weil der Jakobus steht davor, dann fährt der Drache seinen Kopf hoch und dann grillt er den. Und diesmal sehen wir sogar richtig, wie der gegrillt wird, weil die haben so ein, so ein Röst-Jakobus-Prob gebaut, was wir mal kurz sehen. Da habe ich auch echt in die Hände geklatscht, äh, vor Entsetzen, aber auch, äh, weil ich sowas geil finde, wenn wir sowas gezeigt bekommen. Und das ist diese eines, also eine von ein paar Szenen, aber das ist, glaube ich, so die härteste Szene von allen. Und, ähm, gut, das ist nur für den Sekundenbruchteil zu sehen und, ähm, man ist dann natürlich, wenn man, äh, sag mal, ein bisschen reifer ist, äh, findet man das lustig und, und cool gemacht und so. Also, ich glaube, wenn du diese Szene so als Sechsjähriger siehst, dann, dann macht das schon was mit dir. Und, ähm, aber später dann, das ist ja wiederum die Diskussion, wenn du vielleicht zehn bist oder elf, dann ist es genau die Szene, die du auch nicht so wirklich sehen willst, aber die dich so richtig reinholt in diese Welt, die das so richtig spannend macht für dich. Und es kommt ja noch so eine Szene, wie ich finde, die nicht ganz ohne ist. Also, es ist ein bisschen gefährlich, ne, der Film ist ein bisschen gefährlich, der fordert was von den Zuschauern. Es ist eben nicht dieser tschechische Märchenfilm, den du so einfach wegsteckst, wenn du jung bist und damals, also die Jüngeren unter euch, die denken, was für tschechische Märchenfilme. War ein Riesending, tschechische Märchenfilme, als Sebastian, ich, sehr jung war. Also, das ist so ein kurzer Exkurs irgendwie mit dem Jakobus. Jetzt, Sebastian, ist Lotto angesagt, ne, es wird mal wieder Zeit, der Drache hat Hunger, der muss jetzt ruhiggestellt werden mit Jungfrauen, warum auch immer Jungfrauen? Ja, weil es ein Drache ist. Schmecken besser, vielleicht, oder so, ja. Und jetzt, ja, greift dieser Plan von Elspeth. Die hat die Lotterie geriggt, wie der Amerikaner und Simon sagen, denn die hat ausschließlich ihren Namen auf diese ganzen Lotterieplättchen draufgeschrieben, die da jetzt reingeworfen werden. Und, ja, jetzt entlarvt sich natürlich dadurch die Lüge des Vaters, weil der immer, das kann nicht sein, Schiebung, Schiebung, und dann noch eins ziehen und dann steht da wieder Elspeth drauf und so, ja. Also, die möchte jetzt wirklich Abbitte dafür tun, dass da dieses Dorf seine Mädchen in den Tod geschickt hat, schon seit x Jahren und sie davor verschont wurden. Die sagt, jetzt meine ich mit, also ich, das muss hier, ja, ich muss hier das wieder ausgleichen dadurch. Ja, also wirklich so eine engelhafte Märtyrerin im Grunde jetzt so, die die Elspeth da ist. Und der König kann sich jetzt auch nicht dagegen wehren, der kann ja nicht irgendwie, weil dann gäbe es, glaube ich, eine Revolte, ne. Dann würde man irgendwann mal sagen, so, mein lieber Casiodorus, so funktioniert das Ganze nicht. Deswegen muss er sich geschlagen geben. Aber jetzt, ja, greift er so nach seinem einzigen Strohhalm und das ist Galen. Also, jener Galen, den er da in den Bau gesteckt hat, der gibt ihm jetzt dieses Amulett. Haben wir das gesagt? Das Amulett hatte Galen ja gar nicht mehr dabei. Das hat er ihm weggenommen. Hat er ihm weggenommen, jetzt kriegt er das wieder und sagt, bitte, bitte, rette meine Tochter. Okay, aber man muss natürlich auch mit den entsprechenden Waffen dahin ziehen. Und jetzt schmiedet der Vater von der Valerian, das ist nämlich der Schmied des Dorfes, schmiedet so einen Drachensperr. Und der wird dann auch noch von dem Amulett so aufgeladen. Ja, der kriegt, der wird so buffed einfach, ja. Auch so ein klassisches Fantasy-Ding, ne? Also, da muss die Waffe jetzt erstmal hergestellt werden und verzaubert werden, damit der überhaupt eine Chance hat. Und Valerian macht jetzt was ganz Herzerwärmendes. Die hat nämlich ein Auge auf den Galen geworfen. Die mag den wirklich gerne. Und sammelt jetzt so Drachenschuppen oder irgendwie was, ja, um daraus ein Schild zu machen. Also den passenden Schild zu der Waffe. Sie glaubt aber eigentlich, will der Galen ja was von der Elspeth. Das ist so, ne? Also wahrscheinlich ist da, weil der will die jetzt retten und so. Da läuft bestimmt was. Und deswegen ist das für sie so ein bisschen auch, ja, so tragisch. Sie macht jetzt so dieses Ding, aber eigentlich will der Galen was. Ja, nichts von mir. Aber dann treffen sich die beiden, ja. Und dann sagt der Galen auch, ja, ich bin schon verliebt, aber in dich. Ja, dann kommt es auch so zu so einem züchtigen Kuss. Und das ist wirklich so ein, fand ich schön, das ist so ein richtiger Fantasy-Kuss, ja. Der ist nicht so, da ist nichts Sexuelles dran. Ne, irgendwie, ne? Ne, ne, das ist so ein, das ist jetzt mal so typisch Prinz und Prinzessin, so rein, genau, ja. Das ist ja genau, so Schneewittchen und der Prinz und so weiter. Also so eine Szene ist das im Grunde, ne? Da passiert ja nicht viel mehr. Und, ja, Galen will sie Elspeth natürlich trotzdem retten. Es könnte ja sein, dass die beiden sich jetzt aus dem Staub machen. Das wäre auch eine interessante Wendung. Ja. Aber wir haben ihn ja fast vergessen, den Sheriff von Nottingham, ja. Wir haben den Tyrion vergessen. Und als er Galen da losziehen will, um den Drachen zu konfrontieren, kommt er ja auch im Plan. Ja, und was der da will, das verstehe ich nicht ganz. Weil bisher war er ja der Erfüllungsgehilfe von dem Cassiodorus und hat dafür gesorgt, dass der Status Quo erhalten bleibt, damit zum Beispiel auch die Elspeth nicht stirbt. Und jetzt sabotiert er das Ganze so, indem er ausgerechnet mit dem Galen kämpfen will, als der eigentlich die Elspeth von der Drachenhöhle wegholen möchte. Und da scheint er auf so einem merkwürdigen Alleinflug zu sein, denn im Sinne seines Chefs kann das nicht sein, was er da tut. Nee, der Tyrion hat irgendwie so einen Hass auf Zauberer, glaube ich. Also er kommt mit so Zauberern irgendwie nicht klar. Und nachdem Galen jetzt scheinbar ein echter Magier ist, will er den aufhalten. Und der ist wahrscheinlich auch ein bisschen verrückt und so. Das ist eine dumme Idee jedenfalls, denn Galen schafft es tatsächlich, den Tyrion zu besiegen. Tödlich zu besiegen. Also Tyrion überlebt das Ganze nicht. Und jetzt denkt man sich, ja gut, jetzt ist ja Elspeth gerettet. Aber Elspeth, die ist ja so edel, die hat ein so edles Ansinnen, dass sie sich gar nicht retten lassen will. Sondern sie geht freiwillig in diese Öffnung, in diese Drachenöffnung und stirbt da auch. Also die wird von dem Drachen dann entsprechend gegrillt, verspeist. Die Babys kriegen sie. Ja, richtig. Ja, du hast absolut recht, genau. Oh, die Drachenbabys, ich hab sie schon verdrängt. Die Drachenbabys. Die kommen jetzt ins Spiel, denn Vermitrux hat drei Babys. Und das sind auch eklige Scheißbabys, die die hat. Also wirklich. Und die machen jetzt sich über die Elspeth her. Und das ist für mich die dritte Szene, die echt hart an der Grenze ist. Denn man hört sie erst mal nur schreien, während sie da reingeht. Und der Tyrion und der Gaelin, die kämpfen noch. Sie geht da runter. Man hört sie schreien. Und dann sieht man das Ergebnis davon. Also sie ist schon tot. Und diese drei Scheißbabys nagen an ihr. Fressen an ihr rum, an ihrer Leiche. Und einer von den dreien beißt ihr sogar noch blutig den Fuß ab. Den linken Fuß. Stimmt. Und da hab ich gedacht, oh. Das wäre jetzt nicht zwingend notwendig gewesen, in einem eigentlich einigermaßen jugendgeeigneten Fantasy-Film, um so eine Wundästhetik da nochmal reinzubringen. Fand ich auch erstaunlich. Wie ging dir das? Nochmal Disney. Disney. Ja, ja. Disney-Film. Ich komme gleich drauf. Diese düstere Disney-Phase. Und ja, das ist schon heftig. Also es ist schon heftig. Und es ist nicht das, was du erwartest von so einem Film. Also das ist wirklich diese, wie du sagst, diese düstere, kalte, gefährliche Fantasy-Welt, wo eben kleine Drachen-Scheißbabys einfach Leute in Stücke reißen. Ich hab aber gar nicht so, das sind halt Drachenbabys, Sebastian. Wie kannst du eigentlich da so den Drachenbabys die Schuld geben? Die haben einfach nur Hunger. Na ja, die sind halt schon fies. Die sind aber nicht, die sind ja nicht süß. Die sind in unseren Augen nicht. Für Drachen sind die sehr süß. Das war so ein, ja, das habe ich jetzt nicht ins Dossier geschrieben, aber die waren am Anfang zu süß, tatsächlich. Und dann musste Phil Tippett die noch hässlicher machen. Phil Tippett übrigens. Da hat Matthew Robbins gesagt, nein, die sind zu schön, mach sie hässlicher. Und dann hat Phil Tippett die hässlicher gemacht. Phil Tippett, also dessen Handschrift sieht man hier auch wirklich sehr, 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 sehr. Der große Stop-Motion-Artist. Gut, jetzt haben wir, ja, jetzt sieht der Galen das und was macht er? Ja, er denkt sich auch, was soll das hier? Gibt's ja wohl gar nicht und bringt die Babys um. So. Die können sich nicht wirklich wehren. So bringt der Galen die Babys um. Obwohl das eine, was ihn am Ende anspringt, das ist schon, das könnte auch schlecht ausgehen. Das könnte auch schlecht ausgehen, das stimmt, ja. Ja, ja. Aber Resultat ist gleich. Der Nachwuchs ist erlegt. Und jetzt sehen wir eigentlich mal, wie der Vermithrax da unten überhaupt wohnt. Ja, das ist ja so eine Grotte im Grunde, so eine Höhle, die mit Wasser gefüllt ist. Da ist so ein See, kann man sagen, so ein unterirdischer See. Und irgendwo in diesem Gängenhaus der Vermithrax. Und weil's Vermithrax ist und Drache ist, ja, brennt da auch ziemlich viel. Das Wasser brennt hier und es brennt dort. Und das war mal, also da waren viele Feuerwehrleute am Set, ne. Weil das Set besteht komplett aus Styropor. Und das Feuer, was da drin ist, war natürlich auch kein CGI damals 1981. Das war einfach da. Und deswegen ist das schon so beeindruckend, wie es auch aussieht tatsächlich. Und er läuft dann da so rum, der Galen und so. Wo ist er denn, wo ist er denn, der Drache? Wo ist er denn, wo ist er denn? Und jetzt, der Film ist in Minute 82, ja. Jetzt sehen wir das erst mal, Vermithrax Pejorative in all seiner, äh, in all seiner Pracht. Es blubbert ein bisschen und dann steigt der Drache auf aus dem Wasser. Der Drache steigt auf, ja. Es ist so, als wäre einer der Endboss von Elden Ring enthüllt, ja. Also ein gigantisches Viech mit einem gigantischen Hals, einem gigantischen Korpus mit Schwingen und einem Drachengesicht. Das, ähm, also so sieht halt ein Fantasy-Drache aus. Also so und nicht anders sieht ein Fantasy-Drache aus. Und auch, man sieht den und denkt, klar, Game of Thrones, die haben sich den Film angeguckt. Völlig klar. Andere Fantasy-Autoren, Guillermo del Toro oder so, haben sich das angeguckt und denken, ja, in die Richtung gehe ich. Hm, das ist Guillermo del Toro, einer von Guillermo del Toro's drei Lieblingsfilmen. Ja, das wundert mich nicht, ja. Ja, äh, da ist er, der war mit Drax. Und zu dem Drachen kommen wir gleich noch ein bisschen, sagen wir nachher noch ein bisschen mehr im Making-of. Aber er versucht jetzt den Galen zu grillen. Aber da kommt das Schild von Valerian ins Spiel, denn das ist wirklich wie so eine Asbesthaube. Das kann er sich da vorhalten und dieses unfassbare Inferno, was der Drache entstehen lässt, das kann er dadurch von sich fernhalten. Der Peter MacNickel, äh, der Galen. Ja, auch der Peter MacNickel. Auch Peter MacNickel. Okay, ähm, wirklich auch eine coole Szene so, also wie er dann, da steht mit dem Schild und dann um ihn herum ist so Feuer. Und du denkst die ganze Zeit, naja, gut, ähm, wäre das jetzt alles echt, dann wäre trotzdem zu warm. Aber es ist halt ein Fantasy-Film. Es ist halt ein Fantasy-Film und es ist okay. Das hat wahrscheinlich, macht das auch so einen magischen Schutzschirm um ihn herum. Das ist wahrscheinlich so die sekundäre Ability dieser Waffe, ja, so passive, ne, passive Ability dieser Waffe, ja. Tatsächlich funktioniert es wie in einem Videospiel halt auch. Wenn du den Schild gegen das Feuer hältst, dann ist alles gut. Richtig, ja, absolut. Tatsächlich schafft es Galen mit dieser Waffe, den Drachen zu verwunden. Also der trifft den. Ich glaube, er wirft es, ne, irgendwie. Er wirft diesen, diesen Sperr. Hier so durch den Hals an einer Seite. Hier so durch den Hals, das schadet dem Drachen auch wirklich. Aber es bringt ihn nicht um. Also der Drache überlebt das Ganze. Und der, der, ich glaube, der, der Sperr zerbricht sogar noch. Und, ähm, Valerian kann dann fliehen. Galen. Galen kann dann fliehen. Und dann haben wir so eine Szene wie den Sümpfen der Traurigkeit bei der unendlichen, also so ist die Stimmung irgendwie. Bei der unendlichen Geschichte, der, 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 der Galen marschiert da so aus dieser Drachenhöhle und sagt, er lebt, er lebt noch, er lebt noch. Ich kann nichts machen. Ich kriege den nicht tot, der lebt. Mal mit Trucks rächt sich jetzt auch nochmal an dem Dorf, fliegt los und, äh, setzt so ein paar Dächer in Brand. Und wahrscheinlich grillt er auch noch ein paar von den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern, das sehen wir nicht so genau. Aber er ist unbegeistern einfach. Und jetzt kommt der Moment, wo Galen eigentlich die Flinte ins Korn werfen und abreisen will. Doch dann guckt er an der entscheidenden Stelle in einen Tümpel rein und es erscheint ihm der, äh, der Machtgeist von Obi-Wan in diesem Moment. Und zwar in Form von Ulrich. Ulrich, ja, ähm, guckt ihm so entgegen und in diesem Moment wird Galen alles klar. Ja, ja, Burning Water, ja, das brennende Wasser, der brennende See und da sollte ich doch die Asche reintun. Und ach, der alte Schlawine, der alte Sack hat sich dabei was gedacht. Und da rennt der Galen zurück in diese Höhle, was ja auch irre ist, zurück in diese Höhle zu gehen. Und, ähm, jetzt weiß er, ich muss diese Asche in diesem brennenden See verstreuen. Denn, ähm, ja, Ulrich hatte was geplant. Und er verteilt die Asche und dann blubbert das wieder so, dass man erst denkt, scheiße, der Drache kommt. Aber nein, das Blubbern ist was anderes. Aus dem Blubbern entsteht so ein Feuertornado. Wuff, 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 wuff. Und dann sieht man auf einmal eine, so eine Sarkophag-mäßige Gestalt. Die richtet sich auf und schuppt, schuppt. Wuff, 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 steht dann da, Ulrich der Weiße, Simon. Gandalf der Weiße ist zurück. Auch daran habe ich sofort denken müssen. Wir haben hier diese, ne, einfach diese Klassiker der Fantasy werden hier zitiert. Da ist er, Ulrich. Das Problem war nämlich, der Ulrich hat ja gesehen, dass er ablebt irgendwann. Und er wusste, diese ganze Reise, diese ganzen Strapazen, dahin zu kommen überhaupt, zu den Drachen, das kriegt er ja nicht mehr hin. Dazu ist er zu fragil, zu alt. Deswegen, haha, lasse ich mich umbringen. Weil ich weiß ja irgendwie auch, dass der Tyrion kommt, ne. Und dann werde ich quasi von dem Galen mit meiner Asche, werde ich dahin transportiert, um da wiedergeboren zu werden. Da ist ein dicker Hund, den muss man erstmal schlucken. Aber so ist das jetzt. Ja. Aber es war ja auch alles vorbestimmt. Er ist ja ein Nekromant. Er hat das gesehen, dass das so kommen wird. Von daher, alles super. Und es ist ja ein bisschen so wie so eine Portal Gun, nur im Fantasyland eigentlich, oder? Ja, stimmt. Ich bin von da nach da, aber ich überbrücke das mit Magie, ja. So ist das ja, genau. Ich muss mal sterben. Ja. So, jetzt sind die beiden zu zweit und der Ulrich sagt, so, wir schnappen uns jetzt diesen Drachen. Du musst nur das Amulett zerstören und du wirst wissen, wann die Zeit gekommen ist. Jetzt kommt so ein bisschen Obi-Wan tatsächlich rein, ja. Verlass dich auf dein Gefühl und dann weißt du, wann du dieses Amulett zerstörst. Und dann folgt so ein Endfight mit dem Zauberer, dem Drachen und Galen und Valerian, die da unten halt so stehen. Und das ganze Spektakel sich angucken, Sebastian. Ja, denn der Ulrich geht jetzt zu so einem Berggipfel hin, um sich dem Drachen zu stellen. Und das ist wirklich das Wahnsinn. Die Wolken ziehen sich so zusammen. Es sieht ein bisschen aus wie der Syrah, auch wie er da steht. Ja. Es war immer ein Dallrock. Das kam immer, das war mal ein Vermifrax. Ja, das ist wahr. Und dann gibt's wirklich so eine Magie-Battle. Erst macht der Blitz und Donner in den Drachen rein, Jörg kann ihm nicht viel anhaben. Dann guckt der Ulrich dummerweise mal kurz weg. Und der Drache verpasst ihm eine, zieht ihm so die Krallen durch die Schulter. Ähm, Valerian ist ein bisschen voreilig. Die nimmt dem Galen schon das Amulett ab und sagt, er hat gesagt, wir sollen das zerknoppen. Nee, im richtigen Moment, im richtigen Moment. Und dann kommt dieser richtige Moment, in dem Moment nämlich, als der Vermittrucks Pejorative nochmal auf diesen Berggipfel, auf dem der Ulrich steht, zusaust. Und wie er da hinfliegt, da fliegt er auch durch so eine Schlucht durch. Da hab ich gedacht, aha, der Todesstern-Graben wird hier jetzt auch nochmal so ein bisschen zitiert. Dann packt er sich den Ulrich, der Drache, und fliegt mit ihm los. Und solange noch Leben im Ulrich drin ist, passiert was, Simon? Ja, ähm, naja gut, solange noch Leben im Ulrich ist, merkt jetzt der Galen an, auf der, auf seinem Steinchen, wo der da sitzt, ah, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt müssen wir das Amulett zerstören. Und dann macht er das auch. Und er entpuppt, entpuppt sich der Galen als so eine Art, naja, wie soll ich's, der Ulrich entpuppt sich als so eine Art Bombe, so eine Art Atombombe im Grunde. Ähm, die dann, der fliegt halt in die Luft, weil, naja gut, der, der, diese Essenz des, des Ulrichs halt mit diesem, in diesem Amulett, das hängt halt miteinander zusammen. Und wenn du das Amulett zerstörst, zerstörst du auch einen Ulrich, nur fällt er nicht einfach um, sondern der explodiert, diese magische Energie explodiert. Und das ist natürlich für Vermithrax Bad News, ja, denn, ähm, das macht diesen Drachen platt. Also der Drache explodiert wie der Todesstern, fliegt ja in die Luft. Ja. Fällt wirklich brennend vom Himmel in so einen Tümpel rein. Und, äh, das ganze Inferno muss so heiß sein, dass dieser Tümpel komplett verdampft wird. Ja, denn am nächsten Tag, da haben sie auch echt einen riesigen Drachenkadaver dann dahin geräumt, da liegt dann da dieses kaputte Ding da, nur noch nicht mehr in einem Tümpel, sondern eben in so einer Grube, ja. Und, ja, Simon, wie endet das Ganze? Das Ganze endet damit, dass, ähm, der König, man hat ihn fast vergessen, der hat auch schon den Tod seiner Tochter, hat er schon relativ verdaut, würde ich sagen, ne. Oder er ist wahnsinnig geworden. Oder er ist komplett durchgedreht, der tut nämlich jetzt so, als wäre er der Drachentöter, ja, also der ist schon da mit so einem Schwert, ne, hat das so, halt das so über den Drachen, als wäre er der Drachentöter und dann sind schon seine Schreiber und Biografen, ja, die das Ganze dann quasi verarbeiten und die Geschichte dann natürlich so weitergeben an nachfolgende Generationen, obwohl er überhaupt nichts damit zu tun hatte, im Gegenteil. Für Galen und Valerian endet das Ganze, ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, die sagen, okay, das reicht jetzt hier, wir gehen jetzt. Und jetzt darf der Galen nochmal zeigen, dass er ein bisschen was dazugelernt hat. Ja, anscheinend ist die Macht des Amuletts oder so in ihn übergegangen auch. Denn als er sagt, ach, ein Königreich für ein Pferd, da macht's auch schwipp, da kommt ein Schimmel über die nächste Bergkuppe und dann können die beiden rausreiten aus Urland in eine glücklichere Zukunft, ja. Und der Abspann läuft. Was, ähm, ja, nee, der Film ist vorbei, der Abspann läuft. Der Abspann läuft, ja. Und dann sitzt man erstmal da und denkt sich, wow. Ja, vor allen Dingen, wenn man diesen Film noch nie gesehen hat. Gehen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen, ja. Disney wollte düstere und erwachsene Filme machen und dies hier ist der dritte von sechs Filmen im sogenannten Dark Disney Canon. Ähm, der erste Film, das war auch der erste Film dieser Podcast-Reihe hier, der Zauberlaterne, einer unserer beiden Lieblingsfilme überhaupt, das schwarze Loch der Black Hole, der auch, auch so eine harte Szene hat, ne, diese eine harte Szene, an die man sich so erinnert, oder vielleicht zwei sogar, also sehr viele Parallelen, auf jeden Fall, ja. Ich werde auch zusehen, dass solange die Zauberlaterne existiert, auch die restlichen vier Filme aus dem Dark Disney Canon mal gezeigt werden hier. Das ist mir ein großes Anliegen, weil ich halte das für eine spannende Zeit irgendwie, ja. Aber es gibt auch eine Früh-Disney-Inspiration, was das Drehbuch angeht, denn in Disneys Fantasia, ich glaube aus den späten 30ern oder frühen 40ern ist er, das ist ja dieser Musik-Animationsfilm, da gibt es diese, ähm, diese Episode auch, die den Zauberlehrling, dieses klassische Zauberlehrlingsgedicht verfilmt, mit Micky als dem Zauberlehrling und die Besen vervielschwenken und alles droht an abzusaufen, weil die holen so viel Wasser ran und am Ende kommt der Zauberer und sagt, Micky, was machst du hier und richtet das Ganze wieder. Und ja, Simon, als ich das gehört habe, ist es völlig klar, diese Micky- und Zauberer-Dynamik, das ist Galen und Ulrich eigentlich. Das habe ich auch, ohne es zu wissen, habe ich sofort dabei gedacht. Also habe ich sofort Disneys Fantasia im Kopf gehabt. Natürlich Herr der Ringe, das haben wir schon erwähnt, das liegt ja auf der Hand, diese Wiedergeburt des Ulrich erinnert ja papierend an Gandalfs Wiedergeburt. Und dann eine Parallele, die ich aber auch sofort denken musste, Sebastian, Krieg der Sterne. Krieg der Sterne, wo sich der Ulrich am Anfang niederstrecken lässt, wehrlos niederstrecken lässt, genauso wie auf einmal Ben Kenobi sein Lichtschwert abschaltet und Darth Vader haut ihn um, weil er weiß, es wird ihn mächtiger machen, als er jemals zuvor war. Und daraufhin bricht ein junger Jedi, der noch vorher sein Lehrmeister war, dann alleine auf und muss sich dann beweisen, muss dann diesen Job übernehmen. Das ist total da drin. Ich finde auch, Galen ist eine Art Luke Skywalker für mich. Ja. Und auch, du könntest sogar ein Case machen, dass Valerian ein bisschen so Prinzessleya-mäßig ist. Also ich finde schon, ich habe das so eh nicht gesehen. Das ist so die Fantasy-Version von Star Wars auch. Barwood und Robbins, die wollten eine realistische und dreckige Mittelalterwelt schaffen. Also das heißt, da gibt es nicht diese strahlenden Ritter oder Burgfräulein im Turm oder Tafelrunde. Erst nachdem sie diese Welt gebaut hatten, fügten sie einige wenige fantastische Elemente hinzu, wie den Drachen und die Magie. Also es ist eine dieser Welten, die nicht komplett, wo es nicht überblitzelt und Regenbogen irgendwie sind, sondern ja, es ist eine funktionierende Welt, aber es gibt dann auch so ein paar Sachen, Zauberer und Drachen so. Die gehören aber irgendwie dazu. Und das finde ich verkauft für mich auch nochmal ein bisschen besser, dass das wirklich, und auch, dass es im sechsten Jahrhundert spielt, was ja kurz vor dem Einsetzen der sogenannten Dark Ages ist, das verwurzelt das irgendwie in der Realität für mich und macht das so, 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 so. Ich rieche das, ich weiß, wie dreckig das ist, ich weiß, wie sich der Matsch anfühlt. Und dann passieren da diese magischen und Drachensachen da drin. Deswegen, das ist was, was ich an dem Film unglaublich schätze einfach. Es ist so ein historisches Element, ne? So nach dem Motto, ja, irgendwann haben wir halt vergessen, wie das mit dem Zaubern geht. Aber so war das früher. Den Eindruck, ne? Den Eindruck hast du so. Und die Drachen sind halt ausgestorben. Die Spezialeffekte. Aber die Spezialeffekte, ja, genau. Absolut ein großes, großes Element des Films. Ähm, und eben weil Robbins und Barwood sozusagen Zugriff hatten auf Industrial Light & Magic, ist dies, und jetzt haltet euch fest, der erste Nicht-Lucas-Film, also die allererste Fremdproduktion nicht unter der Produktion von Josh Lucas, für die ILM arbeitete. Das ist der Anfang. Ja. Klar, im nächsten Jahr war es Star Trek II The Wrath of Khan, aber das hier war der erste, ne? Ja, das hier war wirklich der erste Film. Und diese unmittelbare Verfügbarkeit von ILM, die führte auch noch zu einer Sonderstellung des Films. Wir müssen dazu so ein bisschen drei Schritte zurück machen, rauszoomen und euch das mal auffalten, wo der überhaupt steht in der Filmhistorie. Der Erfolg von Star Wars führte dazu, dass jedes Hollywood-Studio einen eigenen Effekt-Blockbuster machen wollte. Klar, weil das Rezept irgendwie wiederholen, ne? Kann man ja viel Geld mitmachen. Aber Infrastruktur, dafür war einfach noch nicht vorhanden. Und damals, anno 1977, wusste man, um das aufzubauen, um das zu industrialisieren, dauert es viereinhalb Jahre. Und während dieser Zeit hatten diejenigen Leute, wie ILM und auch ein paar andere etablierte Special Effects-Pioniere, ja, das waren die Könige in Hollywood, weil die konnten das schon, während alle anderen noch dabei waren, das überhaupt erst möglich zu machen. Und lass uns mal diese Pioniere, die dort quasi die Platzhirsche, die Spezialeffekt-Platzhirsche waren, lass uns die mal kurz nennen. ILM haben wir erwähnt, ne? Die haben sich nach Star Wars direkt an Empire Strikes Back, also direkte Fortsetzung gemacht, und den ersten Indiana-Jones-Film vorbereitet. Ja, der im selben Jahr erschien wie Dragonslayer dann. Dann haben wir Douglas Trumbull, ja, 2001. Und der hat bei Star Wars noch mit zum ILM-Team gehört, danach nicht mehr, bei Empire war er schon weg. Er hat aber parallel zu Star Wars mitgearbeitet an unheimliche Begegnungen der dritten Art, mit dem Spielberg-Film. Dann wurde er von George Lucas bei ILM ausgebotet. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Wir nehmen dich nicht mit in unsere neue Firma. Und hat dann in einem wahnwitzigen Kraftakt, und da könnt ihr mal Trek am Dienstag hören, wenn ihr darüber was hören wollt, Star Trek The Motion Picture mit unfassbaren Spezialeffekten versehen. Wahnsinn. Roy Field, der Spezialeffekt-Spezie der damaligen James-Bond-Filme. Und der hat auch die Effekte gemacht für den legendären 78er-Superman. Und ja, legendär wurde auch er dadurch, weil diese Effekte, da blieben auch Münder offen, als man Christopher Reeve da durch die Gegend hat fliegen sehen. Ja, und Superman ist, glaube ich, der einzige Film, der irgendwie nicht so ein Spezialeffekt-Star Wars-Trip-Brettfahrer war, weil der war schon in Pre-Production, als Star Wars ins Kino kam, der kam dann halt einfach 78 raus. Und war dann halt auch ein beachtliches Ding auf diesem Sektor. Ja, aber das war es dann eben auch. ILM, Douglas Trumbull, Roy Field. Und that's it. Mehr Leute konnten in den Jahren 77 bis 81 eben nicht so was liefern, wenn man was haben wollte. Deswegen waren diese Effektfilme auch so selten. Also Dragon Slayer im Jahr 81, einer von wenigen Platzhirschen. Und neben ihm eben nur der erste in Jahr Jones, also Raiders of the Lost Ark, dann Superman 2. Und, wenn man es großzügig ausleben möchte, würde ich auch machen, Terry Gilliams Time Bandits. Hat auch Effekte. Nicht in diesem Maße, wie diese anderen Filme, die ich gerade genannt habe. Aber immerhin. Ja. Und dann kam 1982. Und da hatten alle Hollywood Studios aufgeholt. Da stand dann die Infrastruktur. Und das war so eine popkulturelle Explosion. Deswegen wird es auch in dieser neuen Doku-Reihe beispielsweise, die vor ein paar Monaten kam, genannt, The Greatest Geek Year Ever 1982. Ja. Klar. Weil dann konnte es losgehen mit solchen Effektfilmen und solchen Schauwerten. Aber eben in diesen Jahren 77, 78, 79, 80, 81, da wollte man da schon hin, aber es ging noch nicht so richtig. Und dann diese Explosion, ja, 1982. Und obwohl es ein Jahr war, in dem es keinen Star Wars Film gab, der kam erst 83 und kein Indiana Jones, der kam erst 84 wieder, wurde 1982 eben zu diesem Wahnsinns-Effekt-Blockbuster-Jahrgang, der heute nicht weiter Thema sein soll, aber der bestimmt ... Nee, sonst wird es zu lang. Dutzende Male Thema werden wird in der Zauberlaterne. Beide große Fans der Filme der frühen 80er und da wird sicherlich noch einiges kommen. Gut, dann kommen wir mal zum Drachen. Also einem der Stars in diesem Film, ganz ohne Zweifel, vielleicht für einige so auch der größte Star, Vermithrax Pejorative. Das Designschirm von David Bennett, dessen eigenes kantiges Gesicht, dem von Vermithrax gar nicht unähnlich ist. Er hat in den Spiegel geguckt und hat gedacht, na gut, so ähnlich mache ich den. Ich als Drache, ist ja auch cool, sich so zu immortalisieren. Der Drache hingegen, der setzt sich zusammen aus den unterschiedlichsten Modellen. Wir haben einen 5 Meter hohen Kran aus Hals und Kopf. Das ist das Ding, was ausfährt, wenn da der Jakobus steht. Aber was gab es noch, Simon? Ein 2,5 Meter langer Kopf, der gleichzeitig bedient wird durch Fernbedienung, aufblasbare Teile und von Hand. Also dann sieht man den so atmen und so. Das macht ihn einfach lebendiger. Dann hat man ein paar ... Sogar die Nasenlöcher, Simon, arbeiten bei diesem Drachen, wenn du den Kopf siehst. Das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Einige Körperteile hat man dann entsprechend vergrößert, so für Nahaufnahmen. Klauen und Schwanz, wenn immer die Schauspielenden damit interagiert haben. Und die sind ja so riesig gewesen, die Dinger, weil der Drache ja eben auch so riesig war. Und man das ja auch nicht anders ... Diese Möglichkeiten hatte man noch nicht, das irgendwie da rein zu kopieren dann so. Die musste man dann in einem leeren Boeing 747 von ILM nach England fliegen, in die Studios zu den Dreharbeiten. Ja, genau. Wir haben einen Elstree gefilmt, genau wie Star Wars übrigens. Dann gab es noch einen lebensgroßen Kadaver, der für das Filmende, wo der Drache dann tot da unten in diesem leeren Tümpel liegt, in die Landschaft gelegt wurde. Und man hat den dann noch befüllt, Fun Fact, mit Innereien, Schlachtabfällen, die man irgendwo beim Schlachter ausgeholt hat. Ja, lecker, lecker, lecker. Bestimmt super gerochen auch dann so nach zwei, drei Tagen. Das ist natürlich toll gewesen. Es gab noch ein kleines Modell für die ganze Flugaufnahme. Da konnte man natürlich nicht dieses Riesending da durch die Gegend fahren. Ken Ralston hat die gedreht und die sind ja auch echt beeindruckend für die Zeit. Also es sieht toll aus, wie der Drache da lang fliegt. Man weiß, ja klar, das ist Modell und so, aber man vergisst das. Man vergisst das, weil diese Welt halt so gut funktioniert, so stimmig ist. Dann gibt es ein weiteres, posierbares, kleineres Modell für die Aufnahmen des laufenden, kriechenden, kämpfenden Drachens. Also immer, wenn der am Boden irgendwie in Action ist. Und das schuf der Stop-Motion-Guru, wir haben ihn vorhin schon genannt, Phil Tippett, mit der neu erfundenen Go-Motion-Technologie. Ja, mal ganz kurz erklären. Also Stop-Motion, da machst du ja immer einzelne Fotos von so einem Modell und dann bewegst du das wieder ein Stückchen und dann hast du einen Film mit, da bewegt sich das. Aber, weil du halt nur so gestochen scharfe Aufnahmen aneinander reißt, sieht das ein bisschen komisch aus. Ja, denn wenn sich irgendwas sonst bewegt im Film, ist da ein Motion Blur, ein Bewegungsblur einfach drüber, weil es in Bewegung ist. Was hat Phil Tippett erfunden? Er hat eine Möglichkeit gefunden, einen Computer so zu programmieren, dass der das Modell ein ganz kleines Stückchen bewegt, während die Kamera das Foto macht. Das heißt, er hat den Motion Blur in diese Einzelfotografien eingebaut. Und ja, krass. Also da merkt man allein mal, was das für eine Inselbegabtes Genie war. Oder ist der Film? Phil Tippett ist ein unheimlich faszinierender Mensch. Es gibt auch eine eigene Doku über ihn, die ich jedem ans Herz legen kann. Also das ist einfach ein krasser Typ. Einfach ein krasser Künstler. Der hat ja auch jetzt so ein Spätwerk geschaffen, so ein Stop-Motion-Spätwerk. Also das ist, schaut euch das mal an. Also da lohnt sich, da ein bisschen über Phil Tippett zu erfahren. Eine Designentscheidung, Sebastian, mit biologischen Hintergedanken. Weil die Vorderfüße, genau wie bei einer Fledermaus, mit den Flügeln verwachsen sind, bewegt sich der Drache wundervoll elegant in der Luft und kreaturhaft krauchend, fast schon ungelenk, in seiner Höhle. Es ist ein Geschöpf der Luft. Ja. Eigentlich. Und deswegen am Boden halt irgendwie so ein bisschen wackelig unterwegs. Also toll, dass man sich solche Gedanken gemacht hat. Also finde ich toll. Ich finde das toll. Ja. Aber dadurch sieht der Drache auch, wenn er so durch seine Höhle kriecht, mir fällt jetzt kein Wort dafür ein. Deswegen muss ich so bewegungstechnisch, lautmalisch machen. Deswegen sieht er so irgendwie aus. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst. Aber man hat auch auf relativ alte Technologie zurückgegriffen, sieht man. Ja, ein paar Flammenwerfer, die aus dem Zweiten Weltkrieg noch übrig waren, die waren dann für den Oden des Drachen verantwortlich. Ja, also das sieht man ja auch, dass da ordentlich Bauer hinter ist in den Dingen. Koordiniert hat das alles eine andere Legende, nämlich Dennis Muir von ILM. Der sagte, bei Das Imperium schlägt zurück, mussten wir Yoda als lebendiges Wesen verkaufen. Das war aber viel einfacher, denn er war eine Puppe. Ja. Und zwar nur eine einzige Puppe. Und alle anderen Kreaturen bei Star Wars, für die mehrere Modelle verwendet wurden, so die Town Towns zum Beispiel, ja, die kamen nicht so lang vor, dass man die so charaktervoll, charaktervoll machen musste, wie den Yoda. Aber bei Vermittrucks, der ja der Hauptantagonist ist dieses Films, stammt man vor der Aufgabe, diese riesigen Props, diesen Kopf, die kleinen Modelle, das Flugmodell, all diese unterschiedlichen Modelle und Technologien so zu verheiraten oder so zu inszenieren, dass das Publikum glaubt, es handelt sich um einen einzigen funktionierenden, glaubhaften Drachencharakter. Und das, Simon, ist in Dragon Slayer einfach nur ein unfassbares Meisterwerk, wie ich finde. also wie diese, das, das als analoge, mit analoger Technologie zu machen, diesen Drachen und dann sieht der so aus und das auch noch bei einem dieser ganz frühen Effektfilme, ja, das war das noch nicht mal als, ja, so fließbandmäßig irgendwie, ja, das ist einfach, ich, jedes Mal wieder denke ich, das darf doch nicht wahr sein, alles, was ich da sehe. für die, für die Zeit damals echt krass. Ich, da komme ich auch später noch drauf. Ich, äh, finde es ein bisschen schade, dass ich den Film damals nicht gesehen habe. Ich finde es wirklich, wirklich schade. Weil das für die damalige Zeit war schon, wow. Kommen wir mal zu den menschlichen Charakteren. Und wir haben hier viele britische Schauspieler an Bord, ja, McDermid, der Robertson und, ähm, damit das US, das arme US-Publikum und das muss ich ja irgendwie wiederfinden, ne. Oh, ja, Gott. Damit die andocken können, hat man eben die beiden Hauptrollen, nämlich Galen und, ähm, Valerian, hat man mit, ähm, amerikanischen Schauspielerinnen besetzt. Dabei ist, wer ist Sebastian? Peter McNichol. Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, wo man ihn sonst noch herkennen könnte. Ich glaube, seine bekannteste Rolle unter Nerds ist sonst der, äh, Janusz. Janusz in Ghostbusters 2, in denen dann der Vigo einfährt. Vigo, ah, Vigo. Wo er diesen merkwürdigen slagischen Akzent macht und hier spricht er natürlich mit seinem normalen Akzent. Das ist irgendwie so was undefinierbares, irgendwo an der Atlantikküste, San Francisco rum. So spricht er, ne. Eher ein Theater-Schauspieler auch, ne. Also, der ist halt eher am Theater zu Hause. Vielleicht kennen ihn einige noch aus dieser Anwaltsserie. Wie heißen die nochmal? Ellie McBeal. Ellie McBeal, ne. Da hat er auch eine Rolle von diesem exzentrischen, genialen Anwalt gehabt, die alle sind in diesen, in diesen Serien. Natürlich, aber er ist der Obergeniale. Ja. Ja und als Valerian haben wir die Caitlin Clark und die ist, ähm, ja die ist einfach toll. Die ist einfach toll. Da stimme ich dir zu, ja. Die ist, äh, die, die ist gleichzeitig unfassbar attraktiv und sieht irgendwie, sieht irgendwie anders aus auch. Das Gesicht ist irgendwie so ungewohnt und besonders und man kauft ja auch den Jungen ab am Anfang, ja. Also man denkt vielleicht, hm, könnte das ein Mädchen sein, aber man ist auch so ein bisschen verwirrt. Caitlin Clark, leider sehr, sehr früh verstorben, aber, äh, tolle Schauspielerin und Valerian, äh, finde ich auch super. Äh, und wenn ich, äh, dir da, du findest die anscheinend auch super, wie ich das gerade so mitbekommen habe. Also ich finde die Schauspielerin super, ich, also, meinst du jetzt, wie ich die persönlich so finde? Ja, ja. Ja, ich, also ich finde die super, ich mag die sehr, sehr gerne. Ich finde, die hat eine, was ich, was ich besonders gut finde, ist, äh, die Stimme. Also du hast gerade gesagt, das ist alles sehr besonders und die Art, wie sie, wie sie so spricht und so, ähm, es ist ein Charakter, wo man halt einfach, also, nicht weggucken kann so. Also die, die ist was Besonderes. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir den fantastischen Ralph Richardson in einer seiner letzten Rollen. Ralph Richardson war ein Busenkumpel vom Alec Guinness und der war ja gar nicht so zufrieden mit diesem Effektfilm Star Wars, in dem er diesen Zauberer spielen musste. Und komischerweise hat sein bester Kumpel trotzdem in dem nächsten Effektfilm auch so ein Zauberer gespielt. Das konnte er ihm nicht ausreden. Ja. Er, glaube ich, aber nicht ganz so viel Geld verdient wie Alec Guinness aufgrund dessen. Das stimmt. Aber Ralph Richardson hatte die ganze Zeit sein Haustier mit am Set. Weißt du, was der für ein Haustier hatte? Eine Ratte. Die wohnte in seiner Tasche. Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, eine Ratte. Die hatte der immer dabei. Irgendwie passt das zu dem, ja. Ja. Sidney Bromley haben wir schon erwähnt als Hodge und eben bekannt aus der Geschichte. Dann mal die Musik. Es ist ja so ein atonaler und zugleich geheimnisvoll mittelalterlicher Soundtrack von Alex North und dabei verwendet North Musik wieder, die er für die Urzeitsequenzen eines legendären Films komponiert hat, Sebastian. 2001 A Space Odyssey Damals hat aber dann Kubrick, Stanley Kubrick in letzter Minute entschieden, wir wollen die Szenen stumm lassen, kannst deine Musik behalten und einiges hat dann wieder hier in diesen Film zurückgefunden. Ich finde die Musik sehr passend zu diesem Film hier von Alex North, das ist aber einer dieser Soundtracks, den würde ich mir im Leben nie unabhängig von dem Film anhören. Ja, als Untermalung toll, aber als symphonisches Album, dafür ist er mir zu atonal tatsächlich. ja, passt gut zum Film, ist mir jetzt nicht so im Ohr geblieben, ich habe den Film wahrscheinlich seltener als du gesehen, aber es hat irgendwie gepasst, also es hat halt diese Düsterheit hat es unterstrichen, also das passt und eben die gefährliche Welt. und das ist auch Sebastian, was, und das finde ich echt schade, dass ich diesen Film erst jetzt im Alter, wie man so schön sagt, ja, im Alter entdeckt habe, denn ich glaube, der hätte mich so zu dieser Zeit, wo man vielleicht Filme wie die unendliche Geschichte gesehen hat oder das schwarze Loch oder sowas, hätte er mich total abgeholt, weil er eben so gefährlich ist, habe ich schon gesagt, also weil er so, du hast halt diese Zauber, du hast aber auch Gewalt da irgendwie drin, du hast dieses Unerbittliche da drin, ja, du hast mal ein bisschen Nacktheit drin und so, das sind so diese Sachen, die so spannend sind natürlich, ne, die, und der Magnickel, also der Magnickel-Charakter, der Galen, wenn du den heute so siehst, denkst du, ja, der hat den echt weird gespielt, also der hat den weird gespielt, manchmal hat man sogar den Eindruck gemacht, dass er da so ein bisschen Humor in die Rolle gebracht hat, in einer sehr humorlosen Umgebung, aber es ist nie drüber für mich, also er macht sich nie lustig über seinen eigenen Charakter, sondern er spielt ihn ja vielleicht so wie Mickey, so ein bisschen, also so ein bisschen so eine Comic-mäßig und weird, ne, und, also hätte ich das damals gesehen, ich wäre mega Fan geworden, mega Fan wäre ich gewesen. Ja. Ich habe den Film auch erst später gesehen, weil das war so einer von, über den wurde immer geflüstert, uh, 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 aber der war halt sehr lange Zeit, äh, schlecht zu gucken, also schlecht verfügbar, über die Verfügbarkeit sage ich zum Ende hin noch ein bisschen was, weil die ist tatsächlich, äh, ein bisschen interessant. ja, ähm, ich habe den auch zu alt, ich habe den auch, ich habe auch den gesehen, als ich zu alt war, als Kind hätte der mich auch oder als Jugendlicher, wow, aber trotzdem, ich habe ihn irgendwie in den Zwanzigern gesehen und der hat sich direkt in mein Herz begeben, Dragonslayer. Der war einfach direkt als, äh, sehr, sehr kompakter, unerbittlicher, aber auch ein bisschen augenzwinkernder Fantasy-Film, der war einfach direkt da für mich, ja. Ich finde das auch schön, dass der nur 109 Minuten lang ist. Ja. Und dass der so eine abgeschlossene Geschichte erzählt und die hat Anfang, Mitte, Ende, die Bösewicht, der Bösewicht, der Drache ist einfach komplett überzeugend. Das ist einfach so, 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 so rund. Ja. Und so unaufdringlich auch in vielem einfach, ja. Finde ich gut. Dennoch ist er proppevoll. Also da passiert, ihr habt das ja gemerkt, wir haben heute mal wieder ein bisschen länger gebraucht für die Handlung, weil eben echt viel passiert und man muss das auch so erzählen, um da den Faden nicht zu verlieren. Ja. Also wie gesagt, wenn man den Film das erste Mal sieht, dann ist es schwierig, finde ich zumindest, sich an jedes Detail so zurückzuerinnern, weil einfach echt viel passiert. Sebastian, was sind denn so die Themen des Films? Gibt es da so eine teure Botschaft für dich? Was wird da so aufgegriffen? Ich mag vielleicht noch kurz erwähnen, dass Disney sich ein bisschen geärgert hat. Ach so. Weil der Film so, weil der Film so ein bisschen düster und Gewalt und nackt, man sieht ja tatsächlich einmal, ich weiß nicht, ob es Caitlin Clark ist oder ein Body Double. Also Disney hat gesagt, das hätten wir aber so nicht. und Matthew Robbins ist sich auch sicher, wenn er den Film in Hollywood gedreht hätte und nicht in England, dann wären die Disney-Executives immer schön abends bei der Vorführung der Dailies werden reingekommen und hätten sofort gesagt, das streichen wir, das streichen wir, das streichen wir. Und dadurch, dass er ein wenig außerhalb deren Einflussbereichs das gefilmt hat, konnte dieser Film halt auch so wunderbar dunkel sein, wie er hier ist und so ein bisschen erwachsener an den richtigen Stellen. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück, ja. Ja, aber Sebastian, gibt es eine teure Botschaft? Was denkst du? Gibt es da Motive, über die wir uns, die wir mal kurz zumindest herausarbeiten sollten? Wird ja viel daraus gemacht, dass der Ulrich der letzte Zauberer ist und der Vermitrux ist der letzte Drache. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das ist der letzte Drache. Und beide explodieren am Ende einfach und sind dann weg aus der Welt. Also erzeugen eigentlich auch so wie das Ende des Römischen Reiches und der Antike auch ein großes Fragezeichen über dem Europa hat entstehen lassen. Wer herrscht jetzt hier als nächstes? War auch da dann so ein Vakuum entstanden. Ein Zeitenwandel war da entstanden und dieser Film sagt tatsächlich auch, wie ich finde, relativ satirisch, was darüber, wie dann die Monarchie und auch die organisierte Religion da Fuß gefasst haben und was das eigentlich für Schlawiner sind. Ja. Oder? Ja, total. Ich meine, sie werden ja auch bestraft. Also ein besonderes Schicksal hat ja der Jakobus. Ja. Da merkst du auch, ich glaube, das war, wer immer auch die Idee hatte, ob Barwood oder Robbins, denen hat es diebische Freude gemacht, diesen Pfaffen da zu grillen. Ja, diesen Quatschkopf. Die Monarchie haben es aber gut gezeichnet in diesem König, der am Ende ja dann ganz schnell vergisst, dass da seine Tochter draufgegangen ist und also diese Gefühle dann sofort weglässt und dem es dann einfach wieder darum geht, ja, da so als Held inszeniert zu werden, obwohl er eigentlich überhaupt nichts auf dem Kasten hat, ja, ein totaler Opportunist ist und aber nicht selber so geschafft hat im Grunde. Und das steckt da auf jeden Fall drin. Ich finde auch, diese Mischung aus Magie und Wissenschaft, wir sehen ja an dem Ulrich, das ist nicht nur ein Zauberer, sondern der mixt auch irgendwelche Dingerchen da in seinem Labor und teilweise hat ja auch der Galen so Tricks bei dieser Inszenierung, die sind ja auch dann ganz klar Tricks. Ja, also das ist so eine schöne Mischung aus diesen Sachen, aber am Ende ja explodiert die Magie, diese letzten alten magischen Wesen verlassen irgendwie die Welt, aber es lebt ja in dem Galen weiter. Also der Galen hat ja dieses Ding irgendwie noch, das ist ja auch so ein positiver Ausblick dann, ne? schon, ja. Das Zauberhafte begleitet uns noch weiter und ist auch noch so eine Art Gegengewicht zu diesem anderen Kram, den wir da gesehen haben. Ja. Es ist ja echte Magie, es ist dann die Liebe. Weißt du, vielleicht ist es auch wieder diese Botschaft so, also Ach, ich hoffe nicht, weil das finde ich immer so ein bisschen ähm, ich, ach, ich finde auch, das ist so schön, so, es macht für mich auch so einen Gegensatz auf zwischen Leuten, die echt was tun und Leuten, die nur vorgeben, was zu tun. Das ist absolut richtig. Haha. Ja. Ja, du siehst, am bezeichnendsten für mich ist für den Cassiodorus, wie er am Ende aus seiner Kutsche aussteigt, um dann da dieses Schwert in diesen Drachenkadaver zu halten. Der Close-Up, wie er da aussteigt, ist auf seine goldverzierten Filzpantöffelchen und das zeigt, das zeigt alles über diesen Charakter. Das sind die letzten paar Töffeln, die du dir anziehen solltest, wenn du einen Drachen bekämpfen willst, aber er ist halt dieser feine etepetete und macht dann da dieses Ding und im Gegensatz dazu ist der Ulrich wie so ein Blue-Collar-Typ inszeniert. Der ist ein Malocher-Zauberer. Der sitzt am Anfang da in seiner Butze und macht so flupflupflupflupflup und so und das erste, was er sagt, auch als er als weißer Ulrich wiedererweckt wird, als er aus dem Feuer wieder aufersteht wird, ist nicht ich bin wieder da, sondern er sagt so, hast du was zu essen dabei? Also der ist so herrlich. Ja, das ist der Miles O'Brien unter den Magiern. ist das für mich und einfach so ein Macher, so ein Typ, der mal was anpackt und das ist, ich finde das gut gelungen in der Darstellung einfach. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und hast du noch eine, wovor ich zu meiner letzten, wovor ich zu meiner letzten beiden Eindrücken komme, hast du noch Eindrücke gesehen? Nee, Mama, schick du mal. Schick du mal raus. Was hältst du von den Frauenrollen? Naja, wir haben halt mit Elspeth und Valerian zwei sehr starke Rollen, ne? Also zum einen die Elspeth, die ja im Gegensatz zu ihrem Vater sowas wie ein moralisches Gewissen hat, ob sie dann so weit gehen sollte, um sich da so Märtyrermäßig zu opfern, das ist jetzt eine andere Diskussion. Sollte sie nicht lieber ihren Alten am besten aus dem Weg räumen und dieses Königreich in eine vernünftige Richtung führen, das hätte mir persönlich besser gefallen, ja. Aber gut, das hätte nicht so schön gepasst zu dieser Fantasy-Story und Valerian ja auch als diese selbstbestimmte Frau, die sagt, ich mach diesen Scheiß nicht, ich mach doch hier nicht bei einer Lotterie mit und lass mich da von euch opfern, damit hier die alten Saufköpfe aus der Bada irgendwie noch weiterleben. Nee, ich mach das nicht, ich verkleide mich und versuche mal Hilfe zu holen, also mal aktiv in eine aktive Rolle zu gehen, um was gegen dieses Problem zu tun. Das ist natürlich super. Also das ist natürlich eine starke Darstellung dieser Rolle. Das ist eben nicht die Prinzessin oder die Prinzessinnen, die gerettet werden müssen. Das ist ja auch das Geile, dass Alspeth gar nicht gerettet werden will. Also der Valerian geht da natürlich hin und will das verhindern, dann ist er da, er bringt sogar den Bösen um, der Galen, der Galen ist dann da, bringt sogar den Tyrion um und dann sagt sie, ja schön, aber warum bist du jetzt hier? Ich hab doch schon meinen Plan gefasst. Also es ist schon cool geschrieben, so, ja. Ja. Und spannend auch, dass tatsächlich die Valerian so androgyn ist und der Galen auch so ein weicher Typ ist. Also die Geschlechter Spezifika, die zum Beispiel so einem Conan einem um die Ohren haut, die sind ja auch schon erstaunlich fluide dafür, dass der Film 42 Jahre alt ist. Es sind halt nicht diese klassischen Heldenfiguren. Definitiv nicht. Sondern es ist halt eher so Typen aus wie du und ich, wie man so schön sagt, die da halt loslegen. Ja, definitiv. Das ist ein Teil davon. Was mir auch ganz klar wurde, nochmal als ich den Film gesehen habe, ist dieser, die Welt wandelt sich. Eine Epoche geht zu Ende. Die Magie verlässt die Welt. Irgendwie geht was verloren. Was kommt als nächstes? Uiuiui, ob das so weitergehen kann. Der Mensch zerstört auch ein bisschen mit seiner, mit seinem, mit seinem Egoismus, die Umwelt. Ich habe sofort gedacht, das ist ein Begleitfilm auch zu Das letzte Einhorn. Das habe ich in mein Dossier geschrieben, bevor ich wusste, dass er als nächstes kommt. Weil da geht es ja auch darum, dass die Magie aufhört. Da geht es genau darum, ja. Und aber auch, weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast, Prinzessin Mononoke. Ja, den habe ich gesehen. Die sagt, was passiert, wenn die Naturgeister zurückgedrängt werden von der fortschreitenden Industrialisierung. Wird ja auch episch inszeniert. Stößt für mich in dasselbe Horn. Ist auch so ein Fantasy-Epos, dass sowas wie dieser Film dann sagt. Also einiges auszupacken, ne? Bei so einem, wo man erstmal so denkt, okay, da geht es um Drachentöterfilm, aber schön. Ja. Dass da dann doch mehr drin steckt. Ja, da ist eine Menge drin, finde ich. Und dann natürlich dieser Drache, Simon. Wo ich beim ersten Mal, als ich den Film gesehen habe, da wusste ich nicht, wie der Drache aussieht und wie sie den genau machen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, wir sehen nur eine Klaue. Wir sehen nur den Schweif. Hier und da sehen wir mal so einen Körperteil. Warum zeigen die so wenig von dem? Ja, weil der nicht funktioniert hat oder weil der nicht überzeugend aussieht oder weil vielleicht wie bei Jaws man sich gedacht hat, es ist überzeugender, wenn wir die Details zeigen, als wenn wir den kaputten Roboter-Hai rausholen, ja? Nee, das alles ist einfach nur eine Rampe, die sie bauen für den Money Shot, wenn der Drache dann in Minute 82 wirklich kommt. Die halten den so lange zurück, da funktioniert der Film schon fast, sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, wie ein Porno. Ja? Ein Drachen- Enthüllungsporno sozusagen. Ja, ein Drachen- Enthüllungsporno, dass sie den Klimax mit dem Drachen so lange rauszögern, dass du schon denkst, ja, ja, komm, der Drache wird, und dann kommt der Drache und du denkst, oh Gott, oh Gott. Es gab ja oft diese Enttäuschung in anderen Filmen, ja? Wo du dann halt diese, auch Monsterfilme, Monsterfilme, ja, so vor allen Dingen der günstigeren Machart, wenn du das dann guckst, dann wird der, siehst du mal irgendwie so ein Teil und das, aber du siehst nie das ganze Ding und du wartest da eigentlich drauf und am Ende, ja, das ist dann doch nicht gezeigt und hier gehen sie halt all in und wenn man diesen Film sieht und nicht so gut kennt und denkt, 80er Jahre, das wird bestimmt furchtbar oder dann sehen wir vielleicht nur so einen, weißt du, so einen billigen Effekt, ja, so einen Gubbidrache oder sowas und dann kommt halt das, das ist natürlich schon geil. Das muss auch im Kino unglaublich gewesen sein, wenn man das gesehen hat. So, man war ja schon ein bisschen was gewohnt, aber das für Fantasy-Fans muss halt echt krass gut gewesen sein, dieser Moment. Ja. Ja, gehen wir mal in die, in das Aftermath, Simon. Richtig. Wir erinnern uns das Duo Pimpernelli, das Dream Team. Barwood und Robbins hatte schon zusammengearbeitet bei den Spielberg-Filmen Schokolant Express, Jaws, Close Encounters of the Third Kind, bei Lucas THX 1138 und eben bei Gorbett Summer, wo sie dann zum ersten Mal gesagt haben, komm, wir machen unser eigenes Ding. Wie hat denn die Kritiker reagiert auf Dragon Slayer? Die waren begeistert von der ungewöhnlichen Darstellung des Mittelalters, von den soziologischen, teilweise schon satirischen Untertönen, von Ralph Richardson als Ulrich, vor allem aber auch vom Drachen Vermithrax Pejorative. Also die Kritik hat gesagt, super, das ist doch mal ein Fantasy-Film, so kann das sein. Nur zeigt sich jetzt leider die Kehrseite der Medaille. Ja, wenn man jetzt mal Gorbett Summer so nimmt als Vergleich, der hat ja nur lauwarme Kritiken bekommen, aber ist eigentlich der Kassenschlager gewesen, ja? Ein Riesenerfolg. Und bei Dragon Slayer war es andersherum. Sehr gute Kritiken, ja, auch so Leute wie Ebert und Siskel haben gesagt, das war gut. Die Leute im Kino sind aber ausgeblieben, also die großen Anstürme im Kino sind ausgeblieben. Das bedeutet in Zahlen, 18 Millionen Dollar Kosten stehen einem Umsatz von 14,1 Millionen entgegen. Wenn wir das ausrechnen, dann steht das Wort Flop im Raum. Aber was für ein Flop. ich glaube auch, dass vielleicht Paramount und Disney nach Popeye nicht mehr so ganz angetan waren von dem Deal und nicht die volle Marketingkampagne ausgefahren haben und das dann eher abgeschrieben haben, das Ding. Das ist schon schade, weil der Film hat einen größeren Erfolg einfach verdient. Da einen vernünftigen Trailer zu machen und mit dem Drachen, den man so antießt, eine gute Fernsehkampagne fahren, so wie bei Jaws damals, ich glaube, das wäre gelandet. Da hätte man noch deutlich mehr Leute in die Kinos bekommen. Wie war es denn da mit Barwood und Robbins? War das dann das Ende dieser Flop oder haben die beiden noch mehr miteinander gemacht? Die haben noch ein weiteres Mal miteinander kollaboriert. Der 85er Biohazard Thriller Warning Sign, auf Deutsch Warnzeichen Genkiller, den haben sie gemacht und da haben sie die Plätze gewechselt. Also beide haben wieder geschrieben, aber diesmal saß Hal Barwood das erste Mal im Regiestuhl und ich habe den Film in der Sammlung und wenn man den so guckt, dann denkt man sich, das fühlt sich ein bisschen an wie Andromeda Strain, aber nicht so geil und ein bisschen Michael Crichton, aber auch nicht so geil. Also wie wenn du eine Mischung aus diesen beiden Sachen bei Wish bestellst, dann kriegst du Warning Sign und ich glaube, der hat auch nur so einen Tomatometer von 25% und hat auch gar kein Geld mehr eingenommen und Simon, es tut mir wirklich leid für die beiden, aber Warning Sign ist nichts. Ich habe jetzt Corvette Summer gezückt, ich habe Dragon Slayer gezückt, Warning Sign, wenn du den nicht bringst, Simon, wenn du den nicht bringst, wird er in der Zauberlaterne wohl nicht vorkommen. Schade. Schade, ja. Robbins hat nur einen Film gemacht, Batteries Not Included, heißt der Film, zu Deutsch Das Wunder in der Achten Straße. Der Titel sagt mir was, ich bin aber gar nicht sicher, dass ich den jemals gesehen habe, diesen Film. Diese kleinen fliegenden Roboter, die dieses Meatshaus in Manhattan retten. Ja, doch. Spielberg Produktion. Kam oft auf RTL früher. Irgendwie habe ich den mal gesehen. Mit Hume Cronin und Jessica Tandy in der Hauptrolle. Das liegt mir aber gar nicht so in Erinnerung. Mitte der 90er aber kam, und wir haben ihn schon erwähnt, Guillermo del Toro, der weltgrößte Dragonslayer-Fan, auf Matthew Robbins zu und tat sich mit ihm zusammen für seinen Film Mimic. Und bis heute haben die beiden vier Male miteinander kollaboriert, zuletzt 2022 bei Del Toro's Pinocchio. Del Toro, ein Menschen, wo ich das große Vergnügen hatte, den mal persönlich kennenzulernen. Und das war die beste Promi-Begegnung, wenn man das so will, die ich jemals hatte. Also den hätte ich gerne einmal eingepackt und mitgenommen. Ich mag nicht alle seine Filme, einige liebe ich, andere finde ich so okay, mittelmäßig, aber dieser Typ ist einer der geilsten Typen auf der Welt. Das kann ich schon mal sagen. Also so einen netten Menschen habe ich noch nie gesehen. Oder du Sebastian, du bist auch so nett. zu mir zumindest. Du bist auch ein netten, du bist auch ein netten. Ja, der toll ist ein sympathischer Typ. Ja, der ist tatsächlich so. Also der ist so. Das ist fantastisch. Mehrere Stunden hatte ich das genügend mal kennenzulernen. War super toll. Ja, der war mal, ich höre öfters mal Podcasts, wo er mitspricht, aber der bestreitet auch den Dragon Slayer Audio-Kommentar zusammen mit Matthew Robbins und der ist die ganze Zeit, der freut sich die ganze Zeit für den Matthew, wie gelungen der Film ist und wie gelungen der Drache ist. Immer wenn der Drache irgendwie toll zu sehen ist, dann hörst du nur den Del Toro Matthew, sagt er dann, oh Matthew, sagt er dann. Das glaube ich ja. Wunderschön, ja. So viel zu Matthew Robbins, Simon, was war mit Hal Barwood, dem anderen? Haben wir schon ein bisschen ja erzählt, was aus dem wurde, das letzte Mal, als er ja aufgetaucht ist. Warning, Sign, Flop, da hat er gesagt, komm, ich habe keinen Bock mehr auf Hollywood, ich mache jetzt Computerspiele, ging zu Lucasfilm Games, auch das hat er nicht lange gemacht und momentan schreibt er seit 2013 Science-Fiction-Romane, also der ist von Film über Games dann zu Roman gekommen und betätigt sich kreativ und ja, viel mehr wissen wir ja leider nicht über ihn, haben wir letztes Mal schon gesagt, dass wir da eigentlich mal gerne ein Interview hätten mit ihm. Sebastian, jetzt hast du gesagt, Dragonslayer war schwer zu kriegen oder ist schwer zu kriegen, kannst du da vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu sagen? Ja, den Film haben sie das letzte Mal Anfang der 2000er auf DVD veröffentlicht, aber ich glaube auch nicht überall, ich weiß gar nicht, ob der hier in Deutschland überhaupt rauskam auf DVD, kann ich dir nicht sagen. Wüsste ich nicht, also mir ist er nie untergekommen irgendwann, auch als ich damals noch viele DVDs gekauft habe. Das liegt aber auch daran, Simon, dass Disney immer gesagt hat, ja, das ist, nee, der Film ist uns irgendwie nicht pflegenswert, ja, genauso wie sie fast alle Filme aus der Dark Disney, aus dem Dark Disney kennen, sehr stiefmütterlich behandelt haben, auch unser geliebtes schwarzes Loch ist ja nur in dieser Range erschienen, auf Physical Media, wo du irgendwelche Coupons sammeln und einschicken musst und dann kriegst du den, ja, so habe ich ja, über so komische Schwarzkanäle habe ich uns beiden ja die Blu-Rays damals geworfen. Das ist eine der schönsten Geschenke, die du mir gemacht hast. Heute ist der echt gut verfügbar, auch im Stream und so, aber damals war es halt Yes! Eine hochauflösende Version von Das Schwarze Loch. Den gab es ja nur auf DVD in Low Quality damals. Ja, das ist so. Und bei Dragonslayer war es immer so, den gab es nur in einer extrem schmopfigen DVD und dann kam das Medium HD Blu-Ray, ja, und man hat immer gedacht, jetzt muss er doch mal kommen. Oh, wann macht denn, komm, wann raffen sich Disney und Paramount mal auf, und stecken da noch mal ein paar Mark 50 rein und er kam und kam und kam und kam nicht. Die haben den wirklich wie das hässliche Endlein in ihrem Katalog versauern lassen, so lange, bis der Film tatsächlich eine Technologie-Generation übersprungen hat. Das ist der Film, der von DVD auf 4K UHD gesprungen ist, ohne dazwischen jemals auf Blu-Ray veröffentlicht worden zu sein und Anfang in letzten Jahres hat sich wer mal stark gemacht, Guillermo del Toro und hat gesagt, das darf nicht wahr sein, we need an archival print of this movie, hat er gesagt, we need an archival version of this movie, hat wirklich alle Fäden gezogen in Hollywood, die er ziehen konnte, um diesen Film zukunftstauglich zu machen, hat Paramount belatschert, die haben Disney noch ein bisschen Geld zugesteckt, die haben den in 4K restauriert und endlich, nach Jahrzehnten des Wartens, erschien diesen März in den USA, nur in den USA, noch nicht in Deutschland, weil da ist die rechte Lage noch so komisch in der Schwebe, erschien in den USA endlich diese 4K-Scheibe von Dragon Slayer, als die angekündigt wurde, Simon, ich habe glaube ich, ich habe eine Flasche Shampoos aufgemacht, als ich das gelesen habe und ich war der Erste, der vorbestellt hat und ich war auch der Erste, der direkt zwei Stück vorbestellt hat, weil da war die Zauberlaterne schon entfunkeln in unserer beider Augenwinkel, da habe ich gesagt, ja komm dann, den besprichst du sowieso im ersten Jahr mit Simon, wenn der kommt, ja, der Schöne, ja und ich konnte den ja auch in dieser tollen restaurierten Fassung sehen, die echt gelungen ist, macht großen Spaß hinzugucken, und nochmal für alle, die es vielleicht auch nicht wissen und eine Gelegenheit haben, 4K-Scheiben abzuspielen, zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Playstation 4 oder eine, ne 5, Verzeihung, eine Playstation 5 oder so eine Xbox Series X oder so, die kann das ja auch oder ein Standalone-Player, diesen Region-Code, den es da früher gab, den gibt es bei 4K nicht, ihr könnt das Ding abspielen, bei euch, auch im Spieler, und das funktioniert super, man muss natürlich des Englischen mächtig sein, sofern die deutsche Sprache nicht drauf liegt, das ist in diesem Fall, glaube ich, nicht, also die ist, glaube ich, nur in Englisch liegt das vor, und in Spanisch, glaube ich, auch noch und so, aber nicht in, die deutsche Tonsprache ist da nicht drauf. Ja, das ist richtig, aber das Englisch ist jetzt auch nicht so und die Bilder sprechen auch oft für sich, ja. Untertitel sind dabei auch, das hilft ja dann manchmal auch, wenn man irgendwas nicht, mag ruhig auch oft noch mit Untertiteln, also von daher, wenn ihr des Englischen mächtig seid und Bock auf so einen richtig geilen Fantasy-Film habt, ihr könnt euch diese 4K-Scheibe besorgen, das läuft, ist ein bisschen aufwendiger, wahrscheinlich auch teurer, sich das Ding zu holen, aber es läuft. Er ist spektakulär, auf jeden Fall restauriert worden, kann man nicht anders sagen. Das Lustigste finde ich, dass hinten auf der Hülle steht, so aufgestempelt, Disc manufactured in Germany. Das heißt, diese Scheiß-Disks kommen auch noch hier irgendwo aus dem deutschen Presswerk, werden dann nach USA geschickt und ich hab's mir wieder zurückschicken lassen. Also ihr könnt mich, Dragonslayer, und Guillermo del Toro, jetzt sag ich fast Benicio del Toro, Guillermo del Toro könnt ihr anzeigen bei der Klimapolizei, mit Recht. Dafür, dass wir diese Scheiben einmal komplett nutzlos um den Erdball geschickt haben. Das war jetzt ein bemühte, aber ich akzeptiere ihn, eine bemühte Klimakritik von dir. Etwas bemüht, aber gut. Aber gut. Holt euch den Film. Es tut euch gut. Gibt es auch eine Blu-Ray, die auf der 4K-Variante basiert, jetzt natürlich. Also wenn ihr sagt, ich hab keinen UHD-Player, sondern nur einen Blu-Ray-Player, ja, dann holt euch die Blu-Ray, die ist auch gut und basiert auf Instagram. Aber ist die Code-Free? Die ist, glaube ich, nicht Code-Free. Doch, die ist von Paramount und ist auch Code-Free. Ist auch Code-Free, seht ihr? Ja. Also von daher. Ich muss sagen, dass mir dieser Film wirklich sehr gut gefällt. Ich hab vorhin schon gesagt, ich hätte ihn gerne früher entdeckt, dann hätte ich eine Liebe dazu entwickeln können. Diese Liebe ist nicht da. Also es ist keine, ich bin nicht obsessed mit diesem Film. Es ist aber ein Film, da hätte ich obsessed mit sein können. Ja, das passt wirklich gut. Es ist ein kurzweiliger Film und es ist ein Stranger-Film und ich mag Stranger-Filme. Ich mag seltsame Filme, die Ecken und Kanten haben. Ich mag diese Welt, diese finstere Welt. Aber es ist auch nicht total übertrieben. Es ist jetzt auch nicht so, ja, wir sind ja heute mal ultra brutal oder wir zeigen, weiß ich nicht, 20 Pimmel die ganze Zeit in Close-Up und so. Also es geht nie so drüber. Es ist nie so bemüht, es ist nie so bemüht edgy. Also es sind keine Edge-Lords am Werke. und ja, es ist in dem Sinne kein inhaltlich großer Film, aber es ist ein spaßiger Film. Er sieht geil aus. Es ist eine Welt, in die man so fliegen kann und deswegen bin ich sehr froh, dass du diesen Film hier mitgebracht hast. Und es versöhnt mich ein bisschen auch mit dem Dua Robbins und Barwood. Ja, doch. Ich habe Barwood gesagt, was auch lustig ist, aber egal. Er heißt ja auch Barwood. Ja, heißt auch Barwood. Ja, Horwood habe ich jetzt, vergiss es einfach. Robin? Bar-Hellwood, ja. Bar-Hellwood, genau. Also die beiden sind, okay, die können was. Ja. Und jetzt, dass dir der Film gefällt, glaube ich, das steht außer Zweifel. Ja, ich bin nicht der größte Fantasy-Fan unter der Sonne, das muss ich auch mal sagen. Und ich mag an diesem Film, dass der, dieses Genre einfach mal so wunderbar ruptitupp Kartoffelsupp in 109 Minuten bedient mit dem besten Drachen, den man sich vorstellt. Es ist wirklich der beste Drache. Ja. Da kommen auch CGI-Drachen wie Smaug, der unglaublich auf dem basiert. Markus ist neulich sogar so weit gegangen zu sagen, das ist ein Rip-Off. Smaug ist ein Vermitrux-Rip-Off. Ja, ja, schon auch ein bisschen. Also so die Gesichtszüge. Aber kein CGI kommt, wie ich finde, an das Kunstwerk, an diese Wucht, dieses Drachen in diesem Film heran. Der ist einfach der absolute Oberknaller der Drache. und wenn ihr ihn nur für den Drachen guckt, come for the dragon and enjoy the dark ages, kann ich nur sagen. das ist so meine... Come for the dragon, das klingt schon wieder so. Egal. Ja, für mich ist es einfach, ich kann es nur sagen, es ist einer von meinen Top 3 Fantasy-Filmen. Ich liebe diesen Film einfach. Ja. Sehr schön. Es gibt so viel, was mich an Fantasy nervt und das ist einer der unnervigsten Fantasy-Filme überhaupt. Der ist einfach nur so da, so, nimm. Schön. Wunderbar. Richtig schön. Wunderbar. Also, da gibt es glaube ich nicht viel zu diskutieren. Dieser Film gehört wunderbar in die Kollektion nach over the top. kommt Dragon Slayer. Ja, macht sich im Regal irgendwie gut. Over the top, ja, eingerahmt von Covered Summer und Dragon Slayer. Hoffentlich einen Film, den ihr auch irgendwie entdecken könnt. Ich freue mich, dass er drin ist. Gibt es noch irgendein Bonusmaterial, was du in die niemals stattfindende physikalische Veröffentlichung der Zauberlaterne reinpacken würdest? Hm. Hm. Naja, ich weiß nicht. Also Light & Magic, die Dokumentation über ILM, die ja neulich lief und die immer noch auf Disney Plus liegt, die zeigt von Dragon Slayer auch was, aber nur 30 Sekunden lang. Und da habe ich gedacht, oh, das darf doch nicht wahr sein. Also, ich wünsche mir eigentlich mal so ein richtig fettes Interview mit Phil Tippett und Ken Ralston nochmal über Vermitracks. Aber das gibt es nicht. Vielleicht wurde das gedreht für Light & Magic. Da werden die bestimmt was zugesagt haben. Ja. Weil meistens interviewt man ja die Leute 300 Stunden lang und dann stutzt man das auf eine 6-Stunden-Doku. Also, da möchte ich, ich möchte da was hören von denen. Das möchte ich noch da drauf haben. Ja. Super. Ich möchte auch was addieren in die Ultra-Deluxe-Variante, die natürlich streng limitiert ist. Ja. gibt es tatsächlich diese ganze Geschichte mit Galen, mit Ulrich, mit Vermitracks als nachspielbares A, D und D Abenteuer als eine kleine Kampagne. Ja. Hast ein paar Würfelchen dabei, hast das Abenteuer quasi dabei und dann kannst du das Ganze nachspielen. Das hätte ich gern noch da drin, weil das würde, glaube ich, einen Riesenspaß machen. Ja. Ich freue mich. Was, was der Zauberer heißt wie mein Vater. Ulrich, ja. Stimmt, dein Vater heißt Uli. Ja. Ist auch so ein Zauberer dein Vater, ne? Der zaubert das Lied, die Sicherung zaubert der raus. Ähm. Ach, Simon. Ich bin so schön in Fantasy-Laune. Erinnere uns doch nochmal dran, was kommt denn als zweiter September-Film? Ja, ein legendärer Zeichentrick-Film tatsächlich und das werde ich nicht oft bringen, weil ich bin nicht der größte Zeichentrick-Fan unter der Sonne und auch kein Anime-Fan. Aber, ähm, das ist halt ein Film, der ja super wichtig ist für mich, ähm, nämlich filmisch sozialisiert hat, wie man ja so gerne abgegriffen sagt. In diesem Fall stimmt's hundertprozentig The Last Unicorn, das letzte Einhorn. Nächstes Mal in der Zauberlaterne. Ach, ich freue mich so. Das wird schön, ja. Und das, äh, ich glaube, wir werden noch, äh, zwei- bis dreimal Dragon Slayer sagen, glaube ich, wenn wir den Film... Das kann durchaus sein, ja. Das kann durchaus sein, ne? Ja. Ach, ja. Ja, aber Simon, jetzt muss ich ja wieder, äh, die Buchse runterlassen für dich. Du musst die Buchse runterlassen, so sieht's mal aus, ja. Ja, pass auf, wir gehen ja in den Oktober rein und im Oktober kann man ja nicht, man kann ja nicht in den Oktober reingehen, in den Filmpodcast und keinen Horror bringen. Oh, geil. Wo kommen wir denn da hin? Oh, sehr schön. Wo kommen wir denn da hin? Mein Leib- und Magen-Genre. Ja. Und ich gehe in einen, ich gehe zu einem Film, ich hab gedacht, komm, da holen wir gleich die großen Geschütze raus. Ich hatte erst gedacht, wir machen so ein Horror-Klassiker, ja, vielleicht so ein Pre-Code-Ding. Aber da hab ich gedacht, nee, 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 für Filmgeschichte ist noch ein andermal Zeit. Ich packe jetzt einen Film raus, der sicherlich in meinen Top 3 der Horrorfilme ist. und vielleicht sogar in meiner Top 2. Also weil es ein Film ist, in den ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, schockverliebt bin. Es ist der neueste Film, den ich jemals bisher gezückt habe für die Zauberlaterne. Wir gehen ins Jahr 1992. Ist auch, glaube ich, der erste Film aus den 90ern, den wir hier bringen. Und Simon, ich bitte dich, dass du unter den Tisch fasst und die Nummer 16 hervorholst aus dem Päckle. Ihr habt doch zwei Päckles. Aus dem relativ neuen Päckle. Ich hoffe, also die 16 ist nur einmal drin, aber sie liegt in dem neueren. Ach so. Ja. 16. Da wühlt er. 21, 20, 19, 18, 17. Hab ich gefunden. Ja. Scheiße, hoffentlich hab ich die 16 überhaupt da reingekommen. Die 16. So sieht das unter meinem Schreibtisch aus. Da liegen ganz viele kleine Pakete. Ja. Und ja, ich bin stark genug, da nicht heimlich reinzugucken, weil da wäre der Spaß nämlich weg. Ich kann das nämlich hier schön ausbacken. Original in den Lünscher Nachrichten bei Kollegen hier eingeschlagen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Und es ist ein BBC-Film, richtig? Es ist ein BBC-Film, ja. Es ist ein BBC-Film, den ich nicht kenne. Es ist Ghostwatch. Es ist Ghostwatch. Ghostwatch ist ein Film, Ghostwatch ist ein Horrorfilm, der alles richtig macht. Und Ghostwatch ist auch einer dieser Filme, wo die Entstehungsgeschichte und auch die Nachwirkung des Films so unfassbar sind, dass man es kaum glauben kann. Die schlecht, eine schlechte und sofort eine gute Nachricht hinterher. Ghostwatch gibt es nicht auf Deutsch. Der wurde nie synchronisiert. Und jetzt denkt ihr euch, ja, was soll ich denn jetzt, wo gucke ich denn jetzt? Weil es ein Fernsehfilm war, liegt er kostenlos auf archive.org. Ich werde eine Woche vor Veröffentlichung auf unseren Sozialkanälen den genauen Link für Ghostwatch mal sicherstellen. Aber die Geschichte rund um diesen Film ist so spektakulär und unerhört. Alle, die ein bisschen sich für Horror interessieren, versucht doch mal, die relativ neue Blu-ray aus England euch zu holen, weil die Story, die da drauf ist, also das, das, das ist einfach Ghostwatch, ich freue mich da riesig drauf. Es ist, Einer meiner Leib- und Magenhorror. Ich freue mich auch sehr drauf. Vor allen Dingen ist es für mich sehr schwer, neue Horrorfilme zu entdecken und gute neue Horrorfilme zu entdecken. Schrott gibt es en masse, aber, ja, ich habe eigentlich fast alles gesehen. Aber das kenne ich nicht und freue mich da sehr drauf, das zu entdecken. Ja. Gut, damit sind wir am Ende angelangt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr es bis hierhin mit uns beiden ausgehalten habt. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Denkt nochmal dran, Abo abschließen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auch was Neues mitgenommen habt. Vielleicht auch einen geilen Tipp einfach. Also, vielleicht kanntet ihr den auch nicht, so wie ich den nicht kannte und holt ihn euch. Vielleicht guckt er an, denkt ihr, ja, ohne diese beiden Nasenbären da auf YouTube wäre ich da nicht drauf gekommen. Dann schickt uns gerne was in den Hut, wie es geht, zauberlaterne.de da auf unterstützen klicken, alle Informationen gibt es da und ja, schönen Dank an euch. Uns gibt es wieder, wenn ihr das aktuell guckt, ne, aktuell, dann gibt es uns nächsten Dienstag auch neu wieder, Sebastian Drüben, bei Tad, 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 bei Tad am Dienstag, bei Tad am Dienstag, bei Tad am Dienstag, ist auch ganz neu. Guck mal, ich kann schon gar nicht mehr den Markennamen aussprechen, meine Güte eh. Ja, wir machen nächsten Dienstag die Deep Space Nine Episode Second Skin, die zweite Haut. Und ich würde sagen, äh, damit sind wir raus für heute. Schön, dass ihr da wart. Beerd uns recht bald wieder in unserem Lichtspielhaus. Danke, Simon, für ein tolles Gespräch über Dragonslayer. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut. Tschüss.